So läuft's. Zuerst einmal vielen Dank für die Geschenke. Sehr, sehr gerne, lieber Joel. Was hast du da Schönes bekommen? Traditional Danish Butter Cookies. Produced in Denmark, Butter from EU. Nur das Beste für dich. Du weisst, ich komme nie mit leeren Händen. Wieso gratier? In Dänemark assoziiert mich natürlich immer an dich. Wieso stellst du so Fragen? Du weisst genau, sie ist zu Hause rumgelegt und ich dachte, dass Joel hätte dich Freude. Du hättest jetzt einfach pokern können und sagen, ich weiss, dass du so Butter Cookies liebst. Nein, aber ich habe gedacht, komm, du bin ehrlich genug. Aber ich liebe sie wirklich mega fest. Ich habe mir eben schon gedacht. Ich meine, wer hat nicht Freude an Gutzli und Butter Gutzli, ist halt schon so etwas, wo... Ich habe das Gefühl, dass es zu dir passt. Jetzt hast du gerade noch ein bisschen von der Plastikverpackung in dein Trinkwasser geholt. Geil. Aber anscheinend hat es geschenkt. Es war Intuition und anscheinend gefällt es dir. Und das ist ja das Wichtigste. Weil die Kingel da... Ich meine, es machen ja alle so Cookies, oder? Die sind jetzt dänisch. Aber ich habe in Wien einen Wiener Sandringen gekauft. Okay. Wo einfach genau so die Kingel sind. Das ist schon geil. Und ich liebe das Zeug. Kennst du die Schweizer, die Krähenäste? Wo wir so ein bisschen Konfi drin haben? Die sind auch so rund. Das ist geil. Es schmeckt einfach schon nach Butter und Zucker. Yes, Butter from the EU, wie man bei dir aufsteht. Da bin ich sehr froh. Ja. Und das Coole ist halt... Du solltest, du wirst schon nervös. Wolltest du eins? Nein, nein. Es ist mehrstöckig. Das heisst, wir haben genug. Und wenn das leer ist, kannst du ja... Es ist ja wirklich der Klassiker, dass da immer alle Nähutensilien von einer Grosstante in genau solchen Dosen drin sind. Okay. Von wo hast denn du die gehabt? Muss ich ganz ehrlich sein jetzt? Ja? Also ich bin... Mit der Sendung des Monats sind wir ja... Also sind wir auf Deutschland, auf Jestetten. Gehen Einkaufstouristen interviewen. Ich habe mich sehr lustig gefunden. Ich habe mich überhaupt nicht angesprochen gefühlt. Du hast es wahrscheinlich auf dem Aldi-Parkplatz noch gesehen und hast dich irgendwo versteckt. Nein, wir waren dort und wie es gehört, haben wir das natürlich das ganze Prozedere auch mitgemacht. Und dann bin ich für ein paar hundert Euro einkaufen und habe ein paar so schöne Sachen gekauft, wo ich gedacht habe, doch, das will ich Leute bringen. Und das ist etwas gewesen. Aber das habe ich nur einmal im Fall gekauft. Und das ist eine grosse Ehre. Ich habe sehr viele Pralinen-Packages gekauft, von denen ich halt einfach sonst mitnehme. Aber du hast die Blechdose mit dänischen Cookies bekommen. Mit Seraphengeld? Mit... Nein, du kennst mich. Ich bin... Ich habe gedacht, ja, das ziehe ich auch noch ab. Aber du weisst genau, es wird nie passieren. Ja, weil das Prozedere ist ja so mühsam, gell? Ich weiss nicht mal, wie es geht. Spesen zugeholt. Ein paar Tausend St. mache ich keinen. Dann musst du den Beleg irgendwie auf ein Papier kleben. Wahrscheinlich schon, ja. Dann musst du das Papier einschicken und so. Und danach setze ich auf deine Arbeiten einen grösseren Wert. Ja, genau. Das, was du wachst. Ja, wirklich. Also, ich mache Minus, wenn ich das machen würde. Nein, aber es freut mich sehr, dass es dir gefällt. Und ich bringe dir immer gerne Sachen mit, weil du bist jemand, der das wertschätzt. Und das lobe ich mir. Oh, ja. Ich habe dir das letzte Mal auch Sachen mitgebracht. Ich weiss, ich weiss. Ich finde das mega schön. Hast du zusammengebaut? Noch nicht, noch nicht. Ein Lego. Ein Auto war es, gell? Ja, also, es ist ein Auto. Aber ich weiss nicht, welches. Ich weiss aber auch nicht ganz genau, welches. Ist es nicht, du hast mit James Bond und ich habe dir irgendeine... Du hast mal so ein Muscle Car, gell? Ja, ja, ich glaube so ein Ford. Kann es ein Mustang sein oder so? Das könnte es gewesen sein. Aber vielleicht für die, die zuhören, Joelle und ich. Wir haben jetzt eine kleine Tradition, dass wir uns Lego-Autos schenken, wenn wir zusammen in die Schreibferien gehen. Und das Mal habe ich es leider nicht zusammengesetzt, weil ich bin... Ich habe die Läupe unsicher gemacht, sagen wir es mal so. Du hast es wirklich unsicher gemacht. Langläufe? Es ist kein Ausdruck, um zu sagen, ich bin da gewesen, sondern es ist wirklich weniger sicher geworden auf der Läupe. Danke mir. Fast ein Unfall, gell? Ja. Wie ist es gegangen? Ich habe gemeint, für die wenigen, die noch nie auf einer Langlauf-Läupe gewesen sind, Läupe ist eigentlich nichts anderes als so Schienen. So vereiste Schienen, wo du deine Ski reintunst und du hast drei Schienen. Und das heisst, es ist eigentlich ein Rechtsverkehr. Es ist wie auf einer Strasse. Es sind Bahnen, oder? Ja, genau. Es sind Bahnen. Du fährst auf deiner Bahn. Um aber jemanden zu überholen, der vor dir ist, musst du in die mittlere Bahn gehen. Die Person überholen und dann wieder auf deine Seite. Und übermotiviert, wie ich war, beim allerersten Mal bin ich recht schnell. Also recht schnell. Es war für ein Langlauf-Verhältnis sehr schnell. Dann bin ich schön den Hügel ab und dann ist mir eine Dame entgegengekommen. Und ich dachte, komm, das mache ich jetzt ganz elegant mit einem fliessenden Wechsel. Ich muss jetzt auch nicht anhalten, aus der Schiene raus und wie ein Anfänger wieder reingehen. Und ich dachte, ich kann das während dem Fahren machen und bin wirklich gottlos. Da habe ich mich verkantet. Bin umgegangen. Wirklich. Ich habe es dem Josef schon erzählt. All meine Wertsachen sind auf der ganzen Leupe. Haben sie es erzählt. Da ist ein Autoschlüssel und Portemonnaie und alles. Und die Frauen. Geht es Ihnen gut? Geht es Ihnen gut? Das war ja im Wallis gewesen. Und ich dachte, ja, ja, alles gut, alles gut. Und sie hat mir geholfen, aufzustehen. Und ja, bin nicht so cool rüberkommen, wie ich gehofft habe. Wie bremst man denn in Leupe? Das habe ich noch nicht rausgefunden im Fall. Also, ich glaube, ich glaube im Fall, du gehst raus und du ein bisschen so anwinkeln, wie so ein Flug, oder wie man dem sagt. Aber ich weiss mal nicht genau, wie man bei den Leupe... Es ist halt ein Sport von der Aufgänger, wer bremst, verliert. Das sagt man ja immer über die Langläufer. Ich muss jetzt... Habe ich das auf Instagram geschickt? Ja, ja, das Video. Mal jetzt den... Ich bin natürlich den Rabbit Holder ab. Sollte ich googlen mal... Ah, warte schnell. Das ist ja das Kurze. Und dann nachher... Ähm... Muss man da irgendetwas eingeben? Wie finde ich das jetzt wieder? Oh, ich kann sonst mal Werbung machen für Goms. Ganz schöne Gemeinde. Super Leupe. Und äh... Sehr, sehr freundliche Bedienung in dem Langlauf-Shop, falls man das so nennt. Also in dem Laden mit Langlauf-Ski. Wirklich ein ganzer Zweig-Typ gewesen, der es mir grob erklärt hat. Und äh... Und dann ist es abgegangen, Joel. Das glaube ich. Ah, also... Ich muss schnell erklären. Ich habe... Ein Video irgendwie auf Instagram gesehen. Und dann habe ich dir das geschickt. Und dann habe ich in den Kommentaren natürlich noch gelesen, von wo es original ist von diesem Video. Weil es ist ja so zusammengeschnitten. Ja, ja. Und das suche ich jetzt gerade. Weil das kann man dann schnell... Aber du bist die Person, die Sachen am schnellsten findet auf dem Handy, die ich wirklich kenne. Wenn ich es fotografiert habe, ja. Ey, niemand... Ich habe noch nie etwas gefunden, was ich jemandem auf dem Handy habe wollen, auch wenn es vor drei Tagen irgendwie ein Screenshot gewesen ist. Ich finde es nie mehr. Und du findest irgendwie Sachen... Ja, weisst du, wo wir da jetzt... Wo sind wir zusammen gewesen? In den ersten Schreibferien. In Filzbach. Filzbach. Weisst du, in Filzbach? Klar, am dritten Abend, wo wir da und das gemacht haben, du findest innerhalb von 15 Sekunden, hast du all die Bilder gefunden. Das finde ich recht beindruckend. Es ist so schwierig, das jetzt zu finden. Ich musste es vorbereiten. Ich hätte es nicht verschreien sollen, gell? Aber du kannst ja den gesendeten Objekten, die du mir geschickt hast. Dort habe ich ja ein Instagram-Video, aber ich will eben sehen... Ah, du wolltest... Ah, aber jetzt kann ich natürlich... Achtung, jetzt kommt alte Detektive. Ich schaue, wann ich dir das geschickt habe. 23. März. Jetzt gehe ich in meinen YouTube-Verlauf und tue 100'000 Videos durchscrollen. Mal alles weg von Jordan Peterson und Andrew Tate. Genau, das sind meine absoluten Go-To's. Nein, was haben wir? Basketball, Form 1... Ich brauche jetzt hier jetzt so ein Messzeug. ...Gordon Ramsey. Weil es lohnt sich. Es lohnt sich. Ich habe Zusammenschnitt gesehen von... Ich weiss immer noch nicht, was das für ein Event ist. Es ist so ein Massenkarambolage-Event. 25. März. Achtung, 23. März. Sehr gut. Gib mal ein... Fasa Lopet mit zwei P. Mit V und zwei P. Und dann noch irgendwie Riesberg. Fasa. Ja. Lopet. Was ist das? Finish. Ich sage jetzt lieber nichts, sonst ist es eine falsche Info. So, und jetzt irgendwie 2023 oder 2018. Oder hier 24, sieht auch gut aus. Mach mal aufs 24. Ah, das ist eine schwedische Fahne. Nein, zurück. Zurück, zurück, zurück. Das dritte. So, das ist das Aktuellste. Genau, das ist schuhr ähnlich. Das ist für mich halt ein wenig richtig. So, die anderen kommen immer mit einem Sauzug. Da können sie ja irgendwie schreien, aber sie können nicht bremsen. Oh, oh, oh. Der ist einfach nur mal sicher gegangen, wenn er sich kehren lassen hat. Oh, dann wird sie eine andere Bahne. Genau, genau. Oh, der hat jetzt auch die Bahne gewechselt. Oh nein, der Stock ist verrochen. Hier kommt der Gwette. Ja, ich spüre es. Aber siehst du, wenn das nicht mal Schweden herbringen, ist es um ein bisschen mehr Holger heil runterzufordern. Das sieht auch nicht mehr nach richtigen Bahnen aus, sind wir ehrlich. Aber das ist ein Stück vom Stock. Der ist aber voll aus dem Nichtumgekehrt. Ja, der hat eigentlich gar keinen Grund gehabt, so umgekehrt. Also, lohnt sich für alle. Fasa Loppe Driesberg, kann man jedes Jahr schauen. Das ist wie das Cheese Rolling Festival. Ist das in England irgendwo? Aber nein, auch Goms lohnt sich. Auch Goms lohnt sich, zum da ein bisschen langlaufen. Das hat wirklich mega Spass gemacht. Und wenn du keinen Bock hast auf Joggen und Lust hast auf etwas Knie-Schonendes und dass du dich doch fühlst, als hättest du irgendwie ein Chalet geerbt irgendwo, einer von den oberen 10'000, dann würde ich langlaufen empfehlen. Ich bin nochmal ein Cookie am Essen. Sorry, jetzt muss ich es wegtun. Ich finde, das ist das grösste Kompliment, das du mir gehst. Also, mein Highlight ist ja gesehen, Mario Tennis. Ja, das ist ein sehr dunkles Kapitel in meiner Gaming-Geschichte. Aber vielleicht müssen wir schnell ausholen. Joel und ich sind zusammen in die Schreibferien gegangen. Also, eigentlich waren wir eine grosse Gruppe gewesen, auch noch mit Milan und Jozon. Ja, sie haben sehr viel zu dem Wiggen getreht. Aber dann ist sie nicht aufgegangen. Und dann haben wir sehr viele schöne Erinnerungen können machen, finde ich. Also, mein erster Highlight war, als ich fast ohnmächtig geworden bin, wegen dem Snooze auf der Fahrt. Also, nicht während dem Autofahren, sondern während wir unser Auto auf den Zug aufgeladen haben. Autoverlad. Autoverlad, was ist das? Verreina? Keine Ahnung, wie das geheissen hat. Und dann haben wir ein bisschen urchige Musik gehört. Und Joel hat mir dann gesagt, hey, komm, alle coolen Snoozen. Nimm doch auch einen Snooze. Genau so habe ich es gesagt. Mit dieser Stimme. Und ich habe gewusst, dass es mir das nicht mega gut tut, aber ich habe nicht gedacht, dass es mich so elendlich wirklich verbässt. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Ich habe kurz wirklich gemeint, ich kotze jetzt in mein eigenes Auto. Aber es hat zum Song gepasst. Es hat absolut zum Song gepasst. Zum Fleugen. Ja. Wenn ich könnte Fleugen. Et die Flügel zum Fleugen, fliegt die Mitte Vögel fort und könnt die hemen, hey. Ui, Vot, Dör, Voo. Kompliment an Göle und das ganze Urchig. Was auch immer Urchig ist. Man weiß ja immer noch nicht, ob das ein Sieg ist. Oder ein Ensemble von 50 Leuten. Nein, nein. So ein Quart habe ich es gefühlt. Ja, das war das erste Highlight. Dann sind wir angekommen. Und das war das nächste Highlight für mich Mario-Tennis. Ja, ich habe die Wii mitgebracht und dachte, komm, jetzt können wir ein bisschen entspannt Mario-Tennis spielen. Und der Joel, der findige Wiesel, wo er alt ist, hat nach vier Minuten spielen mehr gecheckt als ich, nach vier Abends mit meinen Kollegen. Und dann hast du die ganze Zeit... Es ist auch verdammt erniedrigend, Mann. Du hast irgendeinen Move gefunden, wie du meinen Schläger kaputt machst. Und ich bin wirklich wie so ein... Ich habe dich immer K.O. geschlagen. Also wie so ein Esel, weißt du? Und du hast so ein Rüeblei auf so einem Stock und hast mich so richtig, richtig ins Leere laufen lassen und immer meinen Stock kaputt gemacht. Und ich habe gar keinen Bock mehr zum Spielen. Und dann haben wir richtig männlich, haben wir noch Eisbaths, haben wir auch noch genommen. Das ist geil gewesen. Im Dorfbrunnen. Ja, ja. Nach der Sauna, schnell ins Eisbad. Ich habe gemeint, bei der Sauna, dass ich stirbe auch gut. Also ich habe mega viele NATO-Erfahrungen gemacht, das Wochenende. Zuerst mit dem Snooze, dann ist mein Ego gestorben beim Mario-Tennis. Das war wirklich so ein kompletter Ego-Death gewesen. Und dann in dem Saunenfall, also... Du hast mehrmals den Tod müssen anschauen, um kreative Minuten zu haben. Ja, und dann ist es so eine kreative Minute zu haben. Mit einem billigen Ausländer-Jog gekommen. Aber was auch ein Highlight gewesen ist, ich habe jetzt zu Hause auch ab und zu die Sender am Start in genau dieser Reihefolge. Welche Sender? Wie wir es dort geschaut haben, und zwar die fünf Musiksender, die wir hier und her gezappt haben. Einer ist der Rocksender, einer macht irgendwie nur so zwei Dusko-House-Trance-Zeugs. Und einer ist so aktuelle Chart-Sachen und einer ist so 70s. Genau, genau. The least... Was haben sie gesagt? The less-known hits of the 70s. Das zwölft-beste Lied von der Shania Twain. Genau. 70s nicht gerade, aber... Ja, aber... Wir haben dort ein schönes Hirn und Haar, haben wir uns ein bisschen Musik gegeben. Und ich habe herausgefunden, dass du ein mega Grime-Fan bist. Oder weisst du das Grime? Also, dass du so volle UK-Sachen kennst, wo sich da niemand hört. Und du hast das wirklich so mega... Ich bin fasziniert für die Anzahl Menschen, die Grossbritannien hat, wie viel Musik in verschiedenen Richtungen die herausbringen. Das ist schon krass. Gut ist. Ja, ja. Und eben noch eigene Szene, also eigene Szene sowieso, aber ich meine, eigene Musikstile kreiert haben. Ja, ja. Und das ist UK-spezifisch? Ja, das ist schon krass, ja. Das ist abartig. Wenn du überlegst, es muss einfach den Leuten schlecht gehen, dann machen sie gute Musik. Das ist so. Ja, und du musst auch die Welt kolonialisieren und dann hast du auch immer neue Eindrücke. Absolut. Oder ist das... Ich weiss nicht, in welche Richtung das gegangen ist mit Ska und so weiter. Haben sie Ska gemacht und dann den Beat sozusagen Jamaika geschenkt? Oder ist das aus Jamaika... Haben die Ska gemacht? Ist doch mega... Ah, wirklich? Das habe ich gemeint. So Madness und so. Weisst du das? Ja. Our House. Das ganze Ska-Zug ist, glaube ich, von innen, habe ich das Gefühl. Es steht da in B.S. 1950 in Jamaika entstanden. Ah, eben, dann ist in Jamaika entstanden und der Offbeat ist ja voll das Raggeding. Genau. Und sie hat gesagt, hey. Hey. So, und ein bisschen schneller, dann passt das doch für uns. Danke, Jamaika. Ja. Ich hatte noch eine Ska-Punk-Phase habe ich ja noch gehabt. Also Ska-P oder Ska... Ja. Ja, Ska-P ist ja oft eine Band. Ja, ja. Und das Teil ist Ska-Punk, oder? Ein sehr kreativer Name. Ska-P. Ja, du hast gerade... So sehr gerne hätten sie so Powerballade gemacht. Der ganze Stil appropriator, oder? Es ist einfach so, wir sind der Stil. Kennst du Ska-P? Ja, ja. Es ist so die Gospel-Band aus Houston. Metal. Nein, ich bin aber... Du faszinierst mich natürlich immer wieder mit dem Know-How. Also nicht nur vom sehr präzisen Eierkochen und Flugzeuge scannen, wenn man den Nachthimmel anschaut. Wir sind sehr romantisch den Nachthimmel am Anschauen. Ich war vor ein paar Jahren der Schule und ich und dann ist es gekommen, Ah, Airbus. So und so viel. Von Dublin auf Mallorca, ist es noch spät um die Zeit. Einfach wie so ein Stalker. Aber auch gewisse Sterne und Planeten. Und Peakfinder. Hast du mir wie so einen Grossvater, den ich nie hatte, und hast du mir an die Hand genommen und gesagt, hör jetzt, Burscht, das ist der grosse... Was ist der? Der Niese. Ich soll schon auf mich anlangen. Ja, auf jeden Fall habe ich sehr geschätzt, auch die Musik, die Musik oben, die wir gerade hatten. Das war wirklich mega, mega schön. Und wir hatten auch sehr viel, die Genres sind ganz anders gewesen. Ich habe keinen einzigen Hit mehr oder lesser-known Hit mehr im Kopf, den wir gehört haben. Aber wir sind wirklich zwei Stunden lang das Zeug am Hören zu hören, habe ich in Erinnerung. Und ich bereue keine Minuten. Es war geil. Sehr schön. Wie du ja weißt, haben wir jetzt so etwas wie ein Konzept in dem Podcast. Ich habe gesehen, du hast vielleicht zum Konzept, ich hätte noch gerne über das Wochenende geredet. Kannst du auch noch? Nein, nein, ist gut. Ich habe das Gefühl, kann man alles erzählen von dem Wochenende. Also ich meine, der eine oben, wo wir zusammen in der Sauna gesehen sind und ein bisschen sehr nah gekommen sind, damit wir jetzt noch nicht erzählen. Dann haben wir noch die Sauna eingestellt. Nein, ich kann nur was so heiss in der Sauna gesehen ist, obwohl wir sie gar nicht angestellt haben. Das ist so billig, aber so schön gemacht gerade. Das ist ein Trailer-Moment, oder? Ja, aber das kommt in die Story. Nein, ich würde nur den Leuten sagen, kümmern euch nicht überschätzt in der Sauna, weil ich habe wirklich, ich weiss nicht, ob du den Moment gehabt hast, aber wo ich eingestellt habe, ich konnte nicht mehr normal atmen. Bei mir ist das Einschtauchen unterbrochen von meinem Herzschlag. Also ich habe nicht so geschnuppt, ich habe so geschnuppt, so. Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gut. Aber zu meinem Körper nachher beruhigen, bin ich ja nachher ins Eis gekumpelt und dann ist alles wieder riesig gewesen. Das ist eigentlich das Letzte, was ich auch noch teilen wollte bezüglich dem Wochenende. Ja, Sauna slow. Ja, ja. Nicht übertrieben. Ja, aber es war schön. Es können nicht so, es können nicht alle so alte Sauna-Füchse wie ich. Ein Sauna-Fuchs, der du, der Sauna-Fuchs. Der duere Grenzwerte. Der Heiri, der Sauna-Fuchs. Ja, ein Herr, der gross geworden ist oder sagen wir es so Sauna-Fuchs.ch könnte ein privater Sauna-Blog sein von so einem mega grenzwertigen Sicht, der Saunas testet und schaut, wie weit er gehen kann. Also es wird dann schon ein Sauna-Club. Ja, es ist ein Affiliate-Link. Sauna-Fuchse. Sauna-Füchse. Sauna-Fuchs hat Sauna-Verbot in diversen normalen Saunas verdient. Ich schweife ab. Wir sind zu deinem Konzept gekommen. Und wir nicht. Ich finde es schön, das Konzept zu haben. Schon, oder? Mir gefällt es wirklich, dass wir ein bisschen das Gerüst haben und dann von dort abschweifen können in alle möglichen Tiefen und Untiefen von unseren Besuchen. Also, fünf Feelgood-Sachen hast du mitgenommen. Sag mal, dein Erster. Vorweg. Deine erste Sache. Vorweg, ich möchte gerne drei, fünf Feelgood-Momente beschreiben. Momente? Ja. Und sage mir einfach eine Zahl von eins bis fünf und dann sage ich dir, was ich mir da so ein bisschen für Gedanken gemacht habe. Also, beim Cenk habe ich gemacht, drei, fünf, drei, vier, eins. Dann mache ich bei dir jetzt vier. Das vier. Okay. Der erste Feelgood-Moment ist, du stehst vor deinem Auto, es ist ein sauberer Staubsauger, du hast alles eingeladen, was du brauchst, es ist schon bereit gemacht, du hast alles eingeladen, was du brauchst, für dein verlängerte Wochenende mit deinen besten Kollegen, dein Kaffee ist im Kaffeebehälter, der Podcast ist ausgesucht oder die Playlist und du weisst, jetzt geht es los, es ist so zehn Uhr am Morgen, du bist so früh aufgestanden von deinen Verhältnissen, aber du bist so mega gehypt und du weisst, du hast so zwei, drei Stunden Autofahren vor dir, wo du mit deinen Gedanken bist oder auch mit deinen Kollegen und dann drehst du den Schlüssel um und du weisst, jetzt ist viel gut daheim, so Aufbruchsstimmung, gute Musik, gute Leute, das ist für mich so der erste Feelgood-Moment. Okay, da habe ich eine kleine Intervention. Ja. So wie ich dich kenne, weiss ich nicht, ob dein Auto jemals gestaubsaugt war. Ich finde das frech. Ob du das schon gekauft hast, wie du es hast. Wir haben nicht gesagt, dass es ein realer Moment ist. Man darf ja träumen, oder? Ich stelle mir den Moment super geil vor, wenn das Auto gestaubsaugt ist. Und der zweite Satz, der du gesagt hast, ist, voll geladen mit allem, was man braucht. Ja. Gut, bei dir ist auch das Auto voll geladen mit allem, was man nicht braucht. Du hast... Fair. Fair. Die ganze Kofferraum ist einfach so... Die Kofferraum ist ein kleiner Brocken in sich. Das ist absolut richtig. Aber ich brauche auch viel für den Auftritt und ich bin schon viel dabei, das stimmt schon. Aber es ist... Du weisst halt einfach nie, wenn du ein 3x3-Basketball-Pickup-Game spielst. Absolut. Es ist sicher auch schon oft passiert, dass ich jetzt denke, scheisse, hätten wir jetzt ein Böle da, hätten wir jetzt einfach super Zeit haben. Und ich habe das mit einem Böle mit einer Yogamatte, neuerdings auch ein Golf-Set im Auto. Das Leben ist ein Abenteuer. Das sage ich im neuesten Programm. Wenn ich mit dem Auto bin, bin ich ein schlechter Packer, oder? Ja, das ist absolut die Richtige. Weil du hast die Möglichkeit, einfach viel mehr mitzunehmen, als du müsstest. Ja, ja, ja. Darum mache ich dann irgendwie noch eine Mikrowelle, mache ich auch noch zur Sicherheit. Das ist geil. Nein, das ist... Ich habe lieber überlegt, ob ich das mit dem Auto sagen sollte oder auch mit dem Velo, weil mit dem Velo ist auch so ein bisschen einfach so, was eigentlich mit dem Auto oder das Auto steht für eigentlich das Unterwegssein. Und das kann ein verlängertes Wochenende sein, das kann ein Auftritt sein, wo dich mega darauf freuest oder einfach sonst eine längere Reise. Ja. Oder sitzt aufs Velo und gehst zu einem Kollegen, kannst du zum Mittag essen. Einfach so das Unterwegssein liebe ich halt mega. Und das ist für mich einfach einfach wirklich feel-good. Also ich liebe es abzusitzen. Aufbruchstimmig. Ich liebe es Unterwegssein. Die Gedanken flohen viel mehr. Ich habe jetzt auch angefangen, wenn ich irgendwo an einen Auftritt gehe oder sonst ein paar Stunden unterwegs bin, einfach mich aufnehmen beim Autofahren und probieren, mich selber zum Lachen zu bringen, um das dann nachher auch als Comedy-Material zu verwerten. meine neuesten Jokes sind sehr Autobahnlastig. Das ist wirklich immer so. Ich habe mal eine Phase gehabt, wo ich gedacht habe. Okay, vielleicht nicht ein Joke, der nicht mit einem Auto zahlt. Jaja, es ist immer so, an den Nummernschildern, Tankstellen und «Oh, hey, hast du dir mal überlegt?» Das ist wirklich so eine schlechte Observational-Kommission. Aber das ist wie alle in Deutschland 37 Minuten Bahn-Material. «Ja, ja, genau, genau, es ist wirklich, oh, und ähm, ueroft bin ich einfach still, weil es kommt mir nichts in den Sinn und dann, und ich muss das nachher nachhören, nach ein paar Wochen und dann gehöre ich einfach so «Ja!» Und dann fange ich also zu pfeifen und habe so eine Melodie im Kopf und ich denke mir, Alter, wie hart verschwende ich meine Zeit jetzt beim Nahlosen? Aber ab und zu kommt dann doch noch etwas Gutes dabei raus. Aber das Schöne ist die Aufbruchstimmung, die du jetzt beschrieben hast, oder wenn jetzt aber irgendwie das Auto vollpackt ist oder wenn du mit dem Melo-Nämen herangehörst, beschreibt schon sehr deutlich ein Leben ohne Kinder. Wahrscheinlich schon, ja. Also ja. Alles, was du jetzt gesagt hast, es gibt den Louis C.J., C.J.? Louis C.K.-Joke? Der Louis C.J., der T.J. Miller und Louis C.K. I.M., so der Doppel-T. Der Doppel-Cancel-T. Das ist wie so ein Cover-Comedian, der Louis C.J. We're performing the best jokes in your town. Das ist einfach so ein Rothaariger, der überhaupt nicht ausseht wie er. Völlig falsche Cadence. Genau, genau. Nein, aber es gibt eine Joke, die sie auch in Talking Funny besprechen. Wo Louis C.K., genau, er sagt, er packt alles ins Auto, die Kinder sind im Auto und er macht seine Frau-Türen auf, dann macht er die Türen zu und der Weg von der Türe von ihrer bis zu seiner Fahrertüre, das sind seine Fähren. Genau, genau, ja, ja. Und das ist halt genau das Gegenteil von dem, was du sagst. Absolut. Mit, alle Kollegen sind in, alles sonst im Auto parat, jetzt kann es losgehen. Und ist dann, was auch immer das Weekend dann ist, erfüllt das dann auch deine Erwartungen, wenn du eben so die Aufbruchstimmung hast? Hast du dann, ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, wir sind ja jetzt schon ein paar Mal zusammen irgendwie gesehen, du kundst schon immer wahnsinnig gehypt. Ja. Du kundst immer sehr enthusiastisch und freudig und ich habe dann immer bezorgt, dass das hoffentlich nicht zusammenkommt. Ah, ist super herzig, also mega empathisch von dir, dass du dir so Gedanken um mein Wohlbefinden machst, das ist super herzig. Ja, im Fall, ich kann auch, ich glaube, die gute Laune kommt aus dem, dass ich gar keine Erwartungen habe, sondern es kann mich auch eigentlich gar nicht enttäuschen, weil, ob es das Weekend ist oder einfach eine Fahrt auf Bern, also ich bin einfach gerne unterwegs und habe gerne so meinen Moment und dort ist auch irgendwie, glaube ich, auch das FOMO-Ding, also die Fear of Missing Out für unsere Freunde, wo es den Begriff, das wäre jetzt ein cooler Begriff, ja, der ist einfach gar nicht da, wo du bist unterwegs und du bist eigentlich auch zwungen, dich zu konzentrieren und auf die Strasse zu schauen und im Auto ist das halt etwas, wo dich dann fast zu dem Glück zwingt, das ist dann noch etwas Schönes, aber dann, nein, ich habe keine spezielle Erwartung, ich habe einfach Lust zum dort sein, zum unterwegs sein, das Käffchen zu trinken und zu schauen, was passiert, also dort, wo wir jetzt zusammen das Wochenende verbracht haben, haben wir auch Sachen gemacht, die wir nicht erwartet hätten, also nicht nur unsere Episode in der Sauna, sondern auch sonst, weil ich bin langlaufen, ich bin sonst irgendwie gehen, das Gebiet ein bisschen erkunden, Mario-Tennis, Fernsehen schauen, Zeug schreiben, also es ist irgendwie ja genau, kochen, also ich habe das Gefühl, ich bin gut in dem, mir Sachen ein bisschen zu rechten zu planen, die ich gerne mache, aber ich kann es auch voll auf mich zukommen und die Energie, die du nachher hineinbringst, finde ich auch lustig und so kommt es eigentlich immer, ist mir eigentlich egal, wie es rauskommt, Hauptsache es passiert etwas. Faszinierend beim Weggehen ist ja, dass wenn ich dann zurück schaue und denke, okay, ich bin jetzt ein paar Tage weg gewesen und wenn man sich dann wirklich überlegt, was man gemacht hat, ist es ja selten, langlaufen, okay, habe ich jetzt aber nicht gemacht, es sind ja selten Sachen, wo du nicht auch zu Hause könntest machen, aber irgendetwas in deinem Hirn stellt sich um, sobald du weg bist, weil du bist wie bewusster daran zu sagen, nicht mal, es muss etwas passieren, aber irgendwie, ich probiere das Beste, aus der Mose zu holen. Ja, mega, mega und du kannst ja nicht durch alle anderen Faktoren wieder abgelenkt werden, also, genau, da zu Hause hast du halt deine Kollegen, deine Familie, deine Hobbys, die dich halt einfach immer wieder so zu sich anreissen und wenn du in einer Berghütte bist, dann kannst du halt mal einfach nicht, also dann musst du drei Tage einfach dort sein und musst dich aber auch einrichten, also das heisst, du musst in Folge und musst kochen und die Küche gehen, also das ist auch nicht so, du zwingst dich ja in eine Situation rein, wo du dann neue Erfahrungen machen musst und es können kleine Sachen sein wie, eben, dass wir nicht wissen, wo das Tischtuch ist und dann Jokes über das machen oder irgendwie, zwei, drei, oder wie lange ist es gegangen, bis die Zauna heiss worden ist, ist auch ewig. Ja, also was wir sehen, sind es dann so kleine Anekdote und dann schaust du aufs Wochenende zurück und es ist das, was du sagst, die Aktionen oder die Handlungen sind mehr oder weniger gleich gewesen, aber wir haben Jokes draus gemacht und schöne Erinnerungen und das ist immer das Geile. Und ich habe wirklich auch die Autofahrt sehr geil gefunden, weil wir haben ja dann wirklich auch, von zuerst hast du mit dem Eurodance, Trash, aber schon wirklich Trash, auch für Eurodance-Verhältnisse, sogar ATC, nein, wie heisst es? Around the World. ATC, ja. Sogar die hat er gesagt, Alte, das ist kein Geschmack mehr. Nein, Around the World ist ja noch ein guter Song. Ja, das stimmt. Eben, darum sage ich. Und dann habe ich gekontert mit Nana. Das war ein solider Konter, ja. Absolut ein Banger, vor allem, weil er nie aufgehört hat. Ja, ja, stimmt. Da geht ja irgendwie 6,5 Minuten raus. Und es ist nicht nötig, dass es 6,5 Minuten geht. Absolut nicht, nein. Es ist nicht der Pink Floyd Reise. Ja, genau. Wo viele verschiedene Sachen passieren. Nein, es ist schärflich. Durch Chorus, 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 nochmal ein bisschen Chorus, dazwischen Booyah, und dann wieder Chorus. Und ich weiss noch, es war genau in dem Moment, weil ich langsam vorsichtig fahren musste, weil es neblig war. Und ich habe keine 30 Meter vor das Auto gesehen und so der Kontrast zwischen dem sehr, sehr defensiv Fahren und dem gehypten Nana-Sound. Dann bist du mit deinen urchigen Schweizer Songs gekommen. Ja. Dann haben wir, wirklich kurz vor Ankunft, haben wir noch Bashi hineinbeengt. Und ich muss sagen, Bashi, ich habe ihn nicht gekannt, also Musicstar, das war meine Berührungspunkte mit dem Bashi. Er hat einen sehr guten Sound gesehen, also er hat mir mega gefallen. Er ist ein paar Kacher. Er hat mich schon auch ein bisschen melancholisch gestimmt, im positiven Sinn. Also nicht melancholisch, so ein sehr trauriger Sound, sondern das mit dem Baum, der erzählt, dass er seinen ersten Kuss und so hat, wirklich mega schön gewesen. Ja, das klingt nach einem sehr speziellen Wochenende, den wir verbracht haben. Und es ist auch speziell gewesen, aber ich glaube, ich fange mich gar nicht an rechtfertigen. Nein, aber zum zu diesem Gefühl zurückzukommen, was ist denn so, abgesehen von jetzt eben so Schreibwochenende, was ist so das letzte Weekend gewesen, wo das die Situation gewesen ist? Irgendwie mit Kollegen nebenan, Ferien oder so? Ich bin alleine gegangen, ich gehe ab und zu in Kroatien, einfach zwei, drei Tage, um meine Grossmutter zu besuchen. Und dann bin ich, dann ist auch so ein bisschen Aufbruchstimmung. Also ich gehe gerne an den Flughafen, bin gerne recht früh dort und mache meinen Laptop auf und habe dann das Gefühl, ich bin so ein Geschäftsmann. Und so der ganze Vibe gefällt mir von neben so dem Swatchladen und dann, weisst du, so den Und dann möchtest YouTube-Videos. Ja, genau. Ich mache so schlechte Kommentare, so bei dir und dem Cenk unter dem Podcast. Schon ein Flugzeug, das war. Mit so einer Fake-Account von Gabriel Vetter, das ich so hasse, jeder Comedy-Welt. Ich tue mir dann, ich weiss auch nicht, einfach so ein paar Videos auf den Laptop, die ich dann schneide oder sonst irgendwelche Sachen, weisst du, wo ich einfach nur einen Laptop brauche, um das Zeug abarbeiten. Und dann bin ich einfach noch recht gerne unterwegs, wieder so am Flughafen, dann im Flugzeug. Dann gehe ich mir zwei, drei Tage in einem schönen Hotel in Kroatien und gehe dann ein kleines Fitness, ein kleines Sauna und besuche dann nachher, also ja, einmal pro Tag, wie ich meine Grossmutter bin, aber weil sie halt im Moment im Heim ist, bin ich nicht bei ihr, die Heise, sondern bin halt in dem Hotel und gehe sich besuchen und bin dann so ein kleines, bin auch wieder isoliert, aber auf eine positive Art. Also ich mache sozusagen aus dem Negativ etwas Schönes und schreibe dann dort die ganze Zeit. Und die Aufbruchstimmung gefällt mir auch. Also finde ich auch, finde ich auch etwas Cooles, wenn, ich weiss auch nicht, wenn du dich ready machst und du weisst, okay, jetzt geht's los, mein Flug ist bald, ich habe alles da, was ich brauche. Ich genieße das mega. Wie ist denn für dich, auf Kroatien zu gehen? Ist das ein Gefühl von Heimen gekommen oder ist es mehr so ein vertrauter Ort, wo du dich irgendwie verbunden fühlst? Also Heiko ist es schon nicht. Heiko ist wirklich für mich die Hei, die Hei, wo du halt alles kennst. Also wo ich wirklich auch wohne und... Ah, voll da mal ein bisschen. Ja, schon irgendwie. Also das ganze Hei ist jetzt natürlich schon meine Wohnung in Zürich, aber, aber, schon mehr da natürlich, weil du halt das ganze Umfeld da bist und da aufgewachsen bist und so weiter. Aber Kroatien ist auch kein fremder Ort, es ist auch ein schönes Gefühl, aber dort bist du halt nicht zu Hause, dort ist es einfach so dein Land und deine Sprache, aber das Dihei ist halt schon dort, wo du alles kennst. Also es ist schwierig irgendwie zu definieren. Aber auch da ist es für mich schwierig zu sagen, was ist mein Zuhause, weil ich bin auch da irgendwie gross geworden. Zuerst zum Abfoltern mal bist, dann zum Zwillen mal bist, dann nochmal auf Abfoltern, dann ein paar Jahre in der Romonde gelebt. Jetzt wohnen meine Eltern an einem anderen Ort im Kanton Zürich. Ich wohne in der Stadt, also so ein Ort, wo ich jetzt, so ganz romantisch, kommst du irgendwie nach 50 Jahren und das gibt es irgendwie gar nicht. Ich habe nicht einen Ort gehabt. Das handelt sich ja auch immer. Ja, eben. Ich hatte ein Zeitpunkt, das Gefühl, dass du zu Hause bist, wenn ich weiss, wo die Lichtschalter sind. Ja, ja, oder das WLAN, das ist auch so eine Joke, wo ich es automatisch verbinde. Aber nein, Zürich ist halt für mich so Zürich-Umgebung und ich auch überhaupt nicht das und das finde ich eigentlich mega schade, wenn du das Leute haben, wenn du zurückkommst von den Ferien, wenn du landest, am Flughafen Klotas, dass du das voll den Anschiss hast. Dass du denkst, ah nein, wieder Schweiz, wieder Zürich. Es gibt so, ich weiss nicht, ob dein Algorithmus dir das auch vorschlägt, so Videos, wo Leute aus dem Ausland kommen und sie richtig den Hass haben, in die Schweiz zurückzukommen. Und das habe ich kein Spitzerli. Nein, das ist noch nie in mir. Vielleicht sind das die, muss ich mir mal überlegen, was für Videos ich like. Und das finde ich verdammt traurig, Mann. Es macht mich wirklich traurig für die Leute, dass der Ort, wo du auch zwungen, also zwungen, das trinkt dich ja niemand, aber wo du wirklich lebst, dass es ein Ort ist, wo dich anscheisst. Und ich liebe Ferien, ich bin gerne weg, aber ich bin einfach verdammt da. Also nach einer Woche irgendwo oder maximal zwei Wochen, also schon nach zehn Tagen würde ich im Fall nervös, egal wie geil es ist in den Ferien. Nach zehn Tagen habe ich voll Bock, ich will wieder wieder da sein, Mann. Ich will so ein bisschen meinen Alltag haben, weil ich meinen Alltag mega gefüllt habe mit Sachen, die mir Spass machen. und Abenteuer und du da, das Mexiko und das Vietnam ist ja schon schön, oder? Aber so ein sowjetiger Würstchen ist halt nicht mehr, es ist einfach Heimat, oder? Ja, aber was, das haben wir, glaube ich, schon mal kurz besprochen, aber was damals der Frank und mich nicht überrascht hat, aber was wir einfach bis der Dana nicht gewusst haben, ist eben, was für eine starke Verbundenheit du noch hast zu Dunne, wie du sagst. Ja, ja, ja. Weil wir haben da einen hier oben gehabt, wo wir auch irgendwie auf so YouTube-Songs, irgendwie Musik und so, und danach bist du irgendwann gekommen mit Volksmusik und hast alles mitgesungen und das ist, also wir haben natürlich viel trunken am Abend. Ja, aber, ja. An dem Abend ist das eigentlich abends immer viel trunken. Das ist schon einer gesehen, wo wir mehr trunken haben. Wo ist das gewesen? Das ist doch ja das Grabindinger gewesen. Das ist Grabindinger, ja. Äh, Flums, Flims. Ich glaube, es war Flums, ja. Jetzt gibt es nicht Flums, gell? Du verarschst mich. Flumser Berg gibt es oder Flims, ja. Bist du auch noch? Es ist auf jeden Fall neuer Flims gewesen. Ich weiss auch nicht, wie du das adressiert hast. Aber Flums gibt es nicht, gell? Jetzt hast du auch noch ich glaube, es gibt Flums, aber es ist ja geil. Sorry, es gibt Flums gesehen. Vielleicht haben wir bloß stellen vor deinen Leuten, die alle so die Berge sehr gut kennen. Weil das ist genau meine Audience. Gehen wir nachher auf Sankt Maritz. Sankt Moritz. Sankt Moritz. Finde ich immer so geil. Ich schweife nach, sorry, ja. Ja, eben, dort sind Frank und ich, weil wir haben die beide schon lange gekannt, weisst du? Und wir haben logisch wie es gewusst, was deine Wurzeln sind, wie man immer so sagt. Aber, aber viel mehr hat man nicht davon gespürt. Und da ist es so richtig, ist es richtig aus dir rausgekommen. So. Und natürlich achte ich mich dann mehr drauf. Und dann ist mal die SRF, ich weiss nicht mehr, wie die Sendung heisst. Helvetia. Mega geil. Die ist wirklich schön gemacht. Sogar, ich glaube, hat er angerufen. Ja, doch, du hast mir gesagt, dass es schön gemacht ist. Auf jeden Fall habe ich ein Reach-out machen, weil ich es so schön gefunden habe. Richtig toll gemacht. Ja, das hat Raffi vom SRF gemacht, aka Rafiki. Grüß genduza und ich. Er macht das wirklich mega gut, mega liebenvoll. Er setzt sich wirklich auch mit ihrer Geschichte auseinander. Es ist immer ein bisschen das Risiko, wenn dich so öffnisch und jemand anderes das zusammenschneidet, wie das rauskommt. Und bimisch ist es einfach so, wow. Also, wirklich mega, mega schön. Und es hat sogar ich habe es noch mal geschaut, ich schaue es nie Sachen, wo ich vorkomme, weil ich ein Cringe-Lord bin, wie man sagen würde. Und das habe ich aber wirklich noch gerne geschaut. Das ist wirklich mega schön. Aber das heisst, also, du hattest auch noch mal grössere Verbundenheit gesehen, als du erwartet hättest. Nein, ab dann habe ich mich einfach mehr geachtet. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass eben du, klar, mit so einer Sendung passiert das automatisch, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass du mehr das jetzt zulässt, gegenüber anderen Leuten das zu zeigen. Ja, es ist halt immer so eine Gratwanderung zwischen, ich will es nicht übertrieben darstellen, weil so krass verbunden bin ich nicht. Also, die Angst, dass du so Fake rüberkommst, wenn du jetzt, ich weiss auch nicht, aus Kroatien kommst, in der Schweiz lebst und dann kroatischer bist als die Kroaten. Das finde ich immer so die Angst, die man hat und gleichzeitig will es auch nicht der sich sein, der seine Wurzeln verleugnet. Ja. Und ich glaube, du hast jetzt glaube einen ziemlich realistischen Einblick in mein Balkaner-Tum oder Balkaner-Sein. Bei der Musik kommt es wahrscheinlich übertrieben oder überspitzt rüber, weil Musik etwas ist, was mir mega viel bedeutet. Wäre man jetzt irgendwo in einem, weiss ich nicht, stell dir mal es vor, man wäre in den USA und es wäre genau das Gleiche gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich auch irgendein Skörerlied laufen lassen und hat voll mitgesungen und die Leute dort dachten, wie schweizerisch ist das hier. Ich bin auch schweizerisch, aber dort kommt es vielleicht nochmal mehr rüber und hingegen muss ich sagen, kroatische, serbische, bosnische Filme kenne ich mich gar nicht aus. Also das ist ein Aspekt von dieser Kultur, der mich halt mega berührt. Alle anderen Sachen, so politische Geschehen, den Alltag von unten verfolge ich überhaupt nicht. Und dann wäre es wieder ganz einen anderen Eindruck, als man hätte. Ich glaube, das, was du jetzt von mir siehst, ist ziemlich so, wie es auch ist. Ja, ich meine, du hörst dann auch Göhle und Ruchig. Ja, ja, eben. Also bin ich wieder das Nullsumenspiel. Das ist mir dann auch schon ein bisschen zu zu intens. Ja, ja, klar. Ich habe ja gesagt, ich habe es nochmal versucht, allein zu hören und habe gemerkt, das schaffe ich dann schon nicht. Schwierig, ich schaffe es aber sehr gut. Allein. Schäufeister scheinen die Sonne noch. Ach so, das Album, man. Die Eten im Auto. Eten? Die Eten. Egal. Was ist das Zweite? Du hast ja noch Situationen gesagt. Ja, genau. Oder nicht nur, ich habe mal ein bisschen Stichwort gemacht, mal schauen. Ja. Okay. Was hättest du gerne für eine Zahl? Jetzt hast du Nummer 4, ich hast schon. Nummer 4 habe ich schon. Oder darf ich dich gegenfragen? Stehst du zu dem Ganzen unterwegs sein? Also musst du jetzt nicht mega, mega lang, aber ist schon auch etwas, was du geil findest, nicht? Also bist du gerne unterwegs, bist du gerne im Auto, fährst du gerne? Hey, grundsätzlich schon. Ich merke, dass es einfach so so ein bisschen wie ein Fass ist, wo irgendwann halt auch einfach mal leer ist. Wie meinst du das? Dass, früher habe ich es absolut geliebt, geliebt und jetzt ist es, wenn es oft hintereinander ist, merke ich eben, das Fass leert sich langsam. Und über alles Liebe auftreten, über alles. Das ist immer, der Moment, wo ich auf die Bühne gehe, ab dann sind Ferien. Aber alles drumherum, da gehört das Reisen dazu, das merke ich dann so Ende Saison, was jetzt zum Beispiel ist, merke ich dann, jetzt ist eben so ein Fass langsam ein bisschen leerer. Ja, ja, also ja, bin ich absolut bei dir. Also es gibt auch verschiedene oder unterschiedliche Routen. Also wenn ich zum Beispiel an einem Freitagabend irgendwo hinschule, wo ich über die A1 muss, dann ist es halt so weniger romantisch. Dann stehst du halt die ganze Zeit im Stau und hoffst, du kommst pünktlich und dann bist du gestresst. Also es sind dann auch Sachen, wo bei aller Liebe nicht so cool sind, wie ich es jetzt dargestellt habe. Aber es hat halt beides. Ja, eben, und es ist ein klaren Unterschied natürlich, unterwegs zu sein, zum dann eben ein paar Tage neu in den Chilen, anstatt unterwegs zu sein für keine Ahnung. 30 Minuten auftritt an einer Gala oder 15 Minuten für eine Mixshow oder das sehen wir. das ist halt immer so, dort merke ich, das unterwegs sein, zelebriere ich vielleicht auch nicht mehr ganz so fest wie früher. Aber ich muss auch dazu sagen, jetzt mache ich es immer allein. Und früher habe ich noch Leute dabei gehabt. Also weisst du, irgendwie Management oder irgendwie noch ein sezonlange Video-Foto-Mensch. Und dann wird das ja auch mehr so ein bisschen das Familienausflug-Ding. Heute gehen wir dort herunter. Und mal ist es still, und mal ist es aber irgendwie eben Musik. Kennst du das Lied? Und dann steigert man sich in so etwas rein. Ich meine, so unterwegs sind wie mit dir auf Goms oder von Goms zurück. Ja, ja, das macht Spaß. Wir haben ja quasi alle ernsten Talks haben wir ja eigentlich im Autoschein hinter uns gebracht. So, oder? So richtig serious talk. Hast du im Auto gesehen? Mega schön. Und dann haben wir auf keinen Putsch geglaubt, wo wir da gewesen sind. Also irgendwie, das hilft ja dann irgendwie auch, dass man so, wie weiss, das ist ja dann ein bisschen wie ein Podcast. Du weisst, das sind jetzt drei Stunden. Genau, genau. Und da passiert jetzt nicht viel anderes, als einfach, dass wir im Auto sitzen. Ja, ja, voll. Let's make the best out of it. Okay, kommen wir mal zum Zweiten. Der Zweite, das ist mein Jiu-Jitsu-Gi. Also ein Gi ist wie das Kimono, oder ist das Kimono ein anderer Ausdruck und ich habe seit zweieinhalb Jahren sozusagen den Anzug, wie man die Sportart praktiziert. Und seit zweieinhalb Jahren bin ich das am Machen. Ich bin weder gut noch irgendwie talentiert oder so, aber es macht mega Spass. Und der Moment, wo ich das auch ein bisschen beschreibe, ist, wenn du eine neue Technik lernst, einen neuen Griff, einen neuen, was geht es, Hebelgriff, Würgegriff, ich meine, du bist ein Experte, ein neuer Takedown, ein neuer Joke, noch irgendetwas. Und wenn du dann zum ersten Mal ein Sparring irgendwie herbringst und es schaffst und dann bist du so entspannt nach wie ein paar Runden Sparring und so, du hast dich wirklich alles rausgeschwitzt, was du hast, du magst wirklich nicht mehr, hast mega Durst und hängst mit deinen Kollegen vom Training umeinander, redest ein bisschen, es ist irgendwie, ich weiss auch nicht, Freitagabend und du weisst, morgen muss ich nicht früh aufstehen, heute habe ich keinen Termin mehr und du bist einfach so am Chilen in deinem, ja, in deinem Gym, tust du ein bisschen fachsimple, trinkst einen Eistee und geniessest, sozusagen die Endorphine, die du gerade freigelassen hast, das ist so ein, einfach ein purer Feel-good-Moment für mich und das ist, kannst du natürlich auf alle Sportarten anwenden, auf jegliche Arten von Training, aber für mich ist es im Moment gerade das, was ich am Trainieren bin, wo ich gerade recht freut habe und es ist auch etwas, wo, auch wenn du kassierst, auch wenn jemand anderes jetzt sagt, was falsch kassiere, das ist 90% von meinem Jiu-Jitsu, ist das, was ich kassiere, 95% zum ehrlich sein und es macht trotzdem mega Spass und das ist so ein bisschen, wenn ich meine Geek sehe, die High hängen, dann packt es mich schon so ein bisschen, dann ist es so, ach geil, geil, bald geht es los, bald ist wieder Training, ich freue mich mega drauf und der schöne Moment ist dann, wenn es durch hast, also der schöne Moment ist auch währenddessen, die Vorfreude, aber wenn ich so ein Feel-good-Moment aussuchen müsste, wäre es, das Training ist fertig, es ist super gelaufen, es ist etwas Neues gelernt und bist am entspannen mit den Kollegen. Ja, ich glaube, äh, oft bei sportlichen Sachen redet man ja von dem, von dem Flow-State und Jiu-Jitsu ist ja sowieso sehr etwas Flow-State-iges, so. Also im Best-Case, ja, bei mir ist es noch so Flow, ist so eine Technik und nachher das Talen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Gefühl von, du lehrst eine neue Technik und wenn du die das erste Mal kannst anwenden, das ist für mich immer so das Gefühl von, ich habe eben auf der Bühne jetzt gerade einen neuen Job entdeckt, oder? Das ist eigentlich mein Parallel dazu. Haben wir, glaube ich, im letzten Podcast davon, dass eben so nach einer Kreativ-Krise ich auch irgendetwas auf der Bühne gesagt habe, das irgendwie gehittet hat und dann ist es, ich sage immer, es ist wie Gold finden. Absolut, ja. Es ist oft so am Strand. Es ist ein Jackpot, genau. Am Strand mit dem dummen Ding umlaufen, und du denkst, dann kunde ich irgendwann etwas und auf einmal, oh mein Gott, du bist es. Absolut. Und ich kann mir vorstellen, dass das genau das Gleiche ist, wenn du dann so eine Technik angewendet hast. Bist du so, oh mein Gott. Ja. Das ist ja, im Erwachsenenleben ist es ja eher selten, dass man wirklich so mit neu erlernten Sachen, Belohnungen sich holen kann. Das klingt so blöd. Aber als Kind hast du das ja die ganze Zeit. Ja, stimmt eigentlich, ja. Ja, ja, voll. Und als Erwachsener, vor allem dann auch die physischen Aspekte, die du jetzt im Jiu-Jitsu zum Beispiel hast, dass du wirklich dich missest. Und das ist halt wirklich nur noch im Sport, weil wir sind da, also du gehst ja nicht durch den Alltag und schubfst Leute. Und wir sind irgendwie, also zumindest jetzt nicht in meinem Alltag. Und das ist dann auch noch schön, dass du jetzt so einen Ort hast, wo du auch wirklich physisch dich messen kannst. Und das könnte Squash sein, das könnte irgendwie Fussball sein, was auch immer. Aber im Jiu-Jitsu ist halt wirklich sehr direkt mega nahe, eigentlich auch einfach an einer wirklich Auseinandersetzung. Und das macht dann auch irgendwie Spass, weil es sich so fast nach Regelbruch anfühlt. Das ist eigentlich immer, solltest du ja nicht machen, darfst du ja nicht, darfst du ja nicht. Aber dort hast du das Gefühl, du bist der, wie heißt der Tyler Durden, du bist so der Fight Club-Mensch. Obwohl du ja nicht schläfst. Nein, nein, schläfst du ja nicht, aber du hast ja trotzdem, ist ja trotzdem das Kräftenmessen mit 1 gegen 1 sozusagen. Das ist so. Das ist so. Das kommt halt schon sehr nahe an eine Auseinandersetzung. Ein Parkplatz-Streit. Wo du in 95% von den Fall verlierst. Ja, wirklich. Wir haben auch immer so ein bisschen einen Joke daraus gemacht, dass wenn wir, also ein Kollege und ich, wir versuchen das auch immer so ein bisschen lustig zu verpacken und dann drillst du eine neue Technik oder probierst du einen neuen Move und dann schreien wir uns immer gegenseitig so Szenarien an den Kopf. So zum Beispiel, hast du irgendeine Armbar oder so etwas und dann schreie ich ihn so an, hast du einen Privatparkplatz-Kopf und dann noch mal. Und dann irgendwie so. Ihre Wäschezeiten sind 7 bis 9 und jetzt, weisst du, irgendwie so. Du probierst dich in so eine Situation hin zu versetzen, wo du jetzt jemanden einen Take-down machen würdest und dann halt so einen Kontext erstellst, rundum, wo recht beim Sagen. Ich bin vorhin gesehen an der Kopfkasse. Ja, wirklich, genau. Was der Gutsche von Morrell Füssli ist nicht mehr gültig und dann machst du so einen Single-Lag und dann nimmst du gerade etwas, was dir im achten Leben passiert ist. Ja, 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 genau. Immer so das Trauma verarbeiten am Schluss. So, du hast heute viel geschwitzt, das ist ein Tränen, das ist keine Frage. Okay, und das Gym, wo du gehst und die Leute, die dort sind, das gibt dir so ein Gefühl von, was will man sagen? Es ist so ein Third Place, wie man das nennt. Ich weiss nicht, ob dein Algorithmus dir auch ausgespuckt hat, aber man sagt ja so, du sollst, also du sollst, Third oder Dritter Platz, das ist so ein Begriff, das, um dich ganz wohl zu fühlen, ist es schön, wenn du ein Zuhause hast, wenn du einen Arbeitsplatz hast und eben so einen dritten Ort. Ja. Also eben dein Lieblings... Also we'll be friends, das Kaffee... Genau, genau, so ein Pub oder das Pub, das Pub, sorry. Ja, das Pub. Dann vielleicht für gewisse ist der Sportverein, für andere ist es... Ja, es gibt eigentlich immer weniger, habe ich das Gefühl. Und das ist auch so ein bisschen das Thema bei der Stadtplanung oder bei der psychischen Gesundheit ist ein kleines Problem, dass, wenn wir zum Beispiel Zürich als Beispiel nehmen, dass halt sehr viel von der Innenstadt ersetzt wird durch die Büroräume, durch halt sterile Ortschaften, wo niemand drin lebt und wo nichts passiert, wo einfach tot ist ab dem 5 Uhr oder ab dem 6 Uhr am Abend und eben das Aussterben von den dritten, von den third places, von den dritten Orten ist so ein bisschen, das die Leute bedauert. Und das Gym ist für mich halt etwas, wo du hinschust, du kennst die Leute, manchmal gehst du voll ins Training, manchmal gehst du nur so ein bisschen Fitness machen, aber du sollst immer so ein bisschen die gleichen Leute daten und und kannst dich auch über andere Sachen austauschen, nicht nur über diverse Würgetechniken und Jijitsu Sachen und das ist etwas, was ich lange gesucht habe und das habe ich auch ein bisschen, aber auch mit den Open Mics aus der Stube zum Beispiel oder auch die Räuberhöhle sind für mich auch Orte, wo ich hinkommen kann und einfach nochmal einen dritten Ort habe und das würde ich jedem als Herz legen, sich so einen dritten Ort zu suchen, wenn das geht. Also darum finde ich, das auch immer wird vielleicht belächelt, aber das verdichtet bauen und nicht alles zersiedeln und so, finde ich, macht es schon etwas mit dir. Also wenn du nur in einer Schlafgemeinde lebst, wo du, weiss ich auch nicht, eine halbe Stunde von Basel oder Zürich rausfährst, dort hast du dein Haus, penst und der Rest spielt sich in einer Stadt ab, wo du nur ins Büro gehst, finde ich, verlierst du halt schon ein bisschen etwas vom Leben, was schön ist, wenn du es raussuchen kannst. Natürlich sind das Luxussorgen, wenn es hast, aber ich weiss nicht, wie es bei dir ist, ob du so etwas hast oder dich noch so etwas am Sehen, weiss, so einen dritten Ort, wo du chillen kannst. Hast du so eine Standbyte, die Franz Bar in Basel? Nein, nicht die Franz, die Bottega natürlich, aber ich hätte es auch gerade überlegt, ich habe viel so zweieinhalb die Plätze. Okay. So, ich habe jetzt nicht einen dritten Platz, obwohl ich bin natürlich, ich bin natürlich viel bei der Yannick so, das ist auch a third place. Aber bei uns ist ja speziell, dass wir nicht einen Arbeitsort haben. Ja, klar. Und also ich merke jetzt, wenn ich es so, wenn ich es jetzt so ein bisschen kriege mit Fotos, Taburetti. Ah, schön, ja. Weil es ist halt gleich in meiner Stadt, so, weiss, es ist gleich nochmal etwas anderes und oft spiele, also bis jetzt habe ich immer mehrere Oben gespielt, das heisst, das wird dann auch so ein bisschen die, ja, dieses Ding, so ein bisschen, so ein bisschen eben die, die andere Workplace. Ich hatte es sicher mit dem Quatsch Comedy Club, wo ich dort so die erste Woche gemacht habe, hast du wirklich so gesehen, oh mein Gott, das ist so, wie im Film. Ja, ja, wie im Film über Comedy. Ja, ja. Du gehst an den gleichen Ort und irgendwie, du kennst alle Leute und irgendwie, du machst deinen Job und sie machen ihren Job und alle wissen, wie es läuft, das ist so cool, ja. Ich hatte es früher mit dem Movie Zone, mit der Videothek. Oh, geil. Dort habe ich früher, also, irgendwann habe ich gearbeitet, aber früher bin ich einfach dort da hängen. Das ist schon ein Filmner. Und es hat so eine, ja, es ist auch ein Game Lade gewesen. Also, man hat mal ein Game oder Sachen geschaut und es hat so eine kleine Bar gehabt und die anderen haben irgendwie 37 Kaffee gesoffen und ich habe irgendwie sechs Energy Drinks getrunken. Und das ist oft so ein Hangout Place gewesen. Ja, eben so ein Räumen oder so etwas. Das ist etwas, wo man mega... Und dann habe ich irgendwann angefangen zu arbeiten und dann habe ich so gesagt, ah geil, ich kriege jetzt noch Geld dafür. Ist das in Basel gewesen? Oder wo ist der? Also, ist es Videothek oder was ist es? Es ist Videothek und Game Lade gewesen. Das macht mich einfach gerade mega melancholisch, was du erzählst. Mega. Es ist, es klingt nach einem richtigen Paradies. Es ist das Paradies gewesen. So cool, Mann. Und wir hatten einen Fernseher und auf dem hast du alle Konsolen gehabt und du hast Filme laufen lassen, Serien laufen lassen, hast du gamen können. Ich zähle meine Switch mitnehmen und wir können eine Runde gamen und ein bisschen streamen. Achtung, es kommt, es ist ein Projekt im Entstehen. Du wolltest nicht sagen, was es ist, aber es ist ein Game am Stream. Es ist schon sehr, sehr deutlich besprochen worden im letzten Podcast mit dem Cenk. Der Cenk hat als eines von seinen Feelgooddinger Gamer genannt und er hat ein Konzept, weil er hat ja zu allem ein Konzept. Natürlich hat er das Konzept. In seinem Riesenkopf ist immer noch Platz für ein Konzept und er hat die Idee gehabt, dass man so ein Comedy-Game-Turnier macht und dann haben wir gefunden, hier war der perfekte Ort, weil du hast Sofa, du hast Sassel und dann spielen zwei etwas gegeneinander und die anderen zwei sitzen da und kommentieren. Ah, cool. So, und dann kannst du immer Turnos machen und wir machen verschiedene Games, Cenk schreibt es jetzt noch auf, FIFA, oder jetzt FC, Mario Kart, also verschiedene Arten von Games und so. Genau. Das ist mega cool. Und das können wir dann auch streamen. Das ist geil. Aber kannst du mir den Ort noch ein bisschen beschreiben? Ich wollte ein bisschen Schwell geben, weil es heisst, du hast DVDs auslehnen oder was ist das Ding gewesen? Du hast gerne differenziert. Nimm mich mit, welches Jahr ist es? Aber nein, welches DJ Antoine Album ist gerade rausgekommen? Es ist nicht mehr ganz Black Album gewesen. Antwort ist viel zu gut auf die Frage. Weil die ist glaube ich im Zwölf, wo ich zwölf gewesen bin, also im 2000 oder so, ist Black Album gewesen. Müsst du da noch schon das Ding sehen? Nein, weisst du was du siehst? So Arabian Nights oder wie das geheißen hat. Kennst du das noch? Ja sicher. Malala. Welcome to Dubai. Und Cady hat doch immer Skiz gemacht auf dem Album. Mit der, ah, ist es so kalt, muss ich meine Jacke oder so irgendetwas. Das sind, das sind gute Zeiten, Mann. Also etwa diese Zeit. Das ist schon das beste Leben gelebt dort. 2004. So, da bin ich 16. Das ist sicher, da bin ich schon konstant dort am Hängen gewesen, aber habe noch nicht dort gearbeitet. Und DVDs kannst du auslehnen und Games, oder was? Du kannst DVDs auslehnen, du kannst DVDs kaufen, du kannst Games kaufen. Und hat es einen Vorhang gehabt für die Erwachsene-Section? Hat es unten gehabt. Nicht einen Vorhang, sondern sogar ein ganzes Räumchen. Oh, da bist du nie drin, oder? Doch, als ich dann gearbeitet habe. Hast du Leute verurteilend angeschaut, die sich Sachen aus dieser Abteilung gönnt? Nein. Das ist gut, habe ich auch gerade gehört. Nein, das war zum Glück nie meine Arbeitsaufgabe, aber andere mussten zum Teil auch das Räumchen putzen. Das war echt gross. Also, passieren dort Sachen? Ja. Also, ich meine, die Idee ist doch, dass du es auslähnst und zu Hause machst, was du machen musst. Ja, und gewissen haben es schon gelegt, auf die Wand anzurücken. Sicher nicht. Ehe nicht. Ja. Ist so... Ja. Aber es sind doch mega viele Schritte nötig. Also, schamloser Schritte, dass es nachher wirklich jemand putzen muss. Kannst du nicht? Reissverschluss auf. Also, der Entschluss... 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 Hast du schon den Entschluss irgendwie fassen, oder auch nicht? Nicht, nicht, oder? Hey, schau, ich habe zu wenig mit den Prozessen vom Putzen zu tun gehabt, aber sie haben mir oft ab und zu erzählt. Das ist recht gruselig. Ja. Also, und dann hast du quasi... Du hast zwei Stöcke gehabt. Feel good. Der oberen Stock war die Bar, eben, mit einer Kaffeemaschine und auf so einem Kühlschrank bagen Trank. Und... Games. Und DVDs zum Kaufen. Okay. Also, oben war eigentlich die Verkaufsfläche und unten war die Mietfläche. Und... Das war eben so der Hangout-Place, dass du dann auch zum Teil, wenn der Laden zu gesehen hast... Ich meine, zum Beispiel, mein erstes Bier habe ich dort getrunken. Oh, so schön. Dann haben wir Singstar gespielt und ich habe ein Heineken getrunken und dann musste ich runter. Nicht ins Räumli, sondern aufs WC. Und ich habe gemerkt, wenn ich dort beim Abendlaufen so... Oh mein Gott, ich spüre das Bier. Oh nein. Mit 16. Das erste Bier. Das sind wirklich mega schöne Erinnerungen. So. Und du hast alle die Leute gekannt, so peripher oder näher. Und... Ja, und das war der Ort. Cool. Und wo ich dann gearbeitet habe, habe ich auch mal etwas darüber im einen Programm erzählt. Aber es war schon sehr lustig. Wegen jetzt eben diesem Räumli. Ja. Du hast unterschiedliche Leute natürlich gehabt, die das gemietet haben. Und was mich immer fasziniert hat, es hat ein Paarchen gehabt. Beide sehr attraktiv. Wegen so irgendwie... Ah, irgendein Business Dude nehme ich an. Und, und, und... Also sehr pflegt. Ja, ja. Töne so blöd. Aber wirklich einfach so... Wie so einen Kontakt anzeigen. Geprägter Mann. Ja, die hast du so gesehen auf der Strasse laufen und gesagt... Ah, guck mal. Das ist ein... Attraktives Paar. Genau. Attraktives Paar. Und die haben immer irgendwie Sexpornos gemietet. Aber wirklich Sex. Wegen so. Ja, ja. Einfach eine Ladung. Das ist das Geheimnis. Und sie sind immer zusammengekommen. Ja, ja. Haben sie zusammen gemietet. Haben sie zusammen zurückgebracht. Und es ist... Es ist so weird. Weil du hast ja so klar Einblick gekriegt. Ja, ja. In ihren Oben. Es ist einfach so klar gewesen, wenn sie um halb fünfe gekommen sind. Und sechs rote Karte hingelegt haben. Ja, ja, ja. Weil du rot hast gesehen. Oh, oh. Okay. Hast du gewusst? Das ist jetzt... Das ist jetzt das, was sie machen. Weil am nächsten Tag haben sie es zurückgebracht. Wäre schön. Hast du genau gewusst? Innerhalb von denen... Ja, ja. Nicht einmal 24 Stunden. Ja, ja. Ist ziemlich klar gewesen, was die machen. Aber ich finde, das ist ein schöner Umgang. Und das teilen kannst. Ja, Rick. Die gemüteten Pornos an den Nachbarn verteilen. Ein Gulasch kochen. Und am nächsten Tag sind sie es wieder geholt. Ich habe dir eigentlich tot erzählt, als ich im Zwischenjahr nichts zu tun hatte. Und dann waren wir am Basketball spielen. Mitternacht. Und immer so, weißt du, die Trickshots gemacht. So, wenn ich von da treffe, hast du mir einen Big Mac und so. Und... Ah! Das verstand ich auch immer unter Trickshots. Ja. Und dann ist es darum gegangen so... Okay, schau, wenn ich von da und da treffe, dann musst du in das City Video gehen. Und die DVDs auslehnen, die ich dir ins Körbe rein tun. Weißt du? Der peinliche Moment. Ja. Dann haben wir natürlich einen Kollegen genötigt, der zum dritten Mal eben Basketball in der Hand hatte. Weil es mir einfach klar war. Also er trifft 100% nicht. Und dann sind wir am nächsten Tag in das City Video und haben einfach so eine bunte... Sammelsurium an Erwachsenenfilme ins Körbe rein. Oder einfach so mitgegeben. Wirklich auch alle Genres. Dass es wirklich abartig ist. Absolut. Kein Mensch kann das und das geil finden. Aber so easy haltet. You do you. Weißt du? Und dann ist er so dort gestanden am helllichten Tag. Also Leute laufen umeinander und nehmen so Familienfilme und er einfach mit diesen ganz nestigen DVDs. Und ich habe ganz vergessen, dass ich zuhause noch vorher noch etwas ausgelenkt hatte. Es ging auf meine Karte, weil es war meine Idee. Und dann kommt die Frau und schaut ihn zuerst mal so an. Er hat so irgendwie so einen irgendwie ältere Damenfilm. Dann einen, der nur Männer sind. Einen nur Frauen. Es ist einfach so alles. Und sie schaut ihn verdammt verwirrt an. Nimmt die Karte, scannt sie und sagt ihm so. Oh, ähm, sind da noch den Exorzist zuhause? So. Alter, wie ich krank bin. Nein, der hat einfach noch gefehlt. Ja, was ist das für ein Freitagabend? Besser als der Sexorzist? Obwohl das würde wieder mehr Sinn machen. Aber das war ein Abend. Es war so alt. Wir haben das im Falle gefilmt. Jetzt habe ich gerade so viel Erinnerung. Wir haben das mit dem iPod Nano gefilmt. Yes. Weisst du noch? Du hast mit dem iPod filmen können. Und wir hatten das einfach auf dem iPod Nano. Das Video, wie er das auslehnt. Und natürlich war das alles auf meine Karte. Ich musste es zurückbringen, was noch viel peinlicher war. Ich habe keinen zwei Schritten voraus überlegt. Aber es war ein sehr schöner Tag. Das glaube ich. Ja, also die Videothek war schon ein mega schöner Mikrokosmos. Das habe ich auch gefunden. Ich habe das früher in den 90er Jahren, wo es wirklich noch Videotheker gewesen sind mit Videos und DVDs. Da bin ich immer mit meinem Vater auf Muri gefahren. Von Affoltram Albis. Das war wirklich Aufbruchstimmung und eine richtige Reise. Und du bist ins Auto gesessen. Und du hast gewusst, wir fahren jetzt 40 Minuten. Ähm. Irgendwo wirklich in ein Dreuseelendorf. Und dann bist du da gewesen. Es war echt ein Parodies gewesen. Ähm. Es waren wahrscheinlich 5 Quadratmeter. Es waren aber volle Kassetten. Also volle Videos. Und ich weiss noch. Ich habe immer. Ich habe sehr oft auch das Gleiche ausgelehnt. Also ich habe Jumanji sicher schon zwölf Mal geschaut. Aber hey. Heute schaue ich noch mal. Und ich darf noch mal schauen. Jumanji. Die Mumie. Und. Was ist es dann gewesen? Das waren so kleine meine Go-To's gewesen. Immer. Und Jurassic Park wahrscheinlich schon zum 100. Mal. Aber ähm. Ich habe es so gerne geschaut. Und es war so cool. Das. Das hinzugehen. Auslehnen. Heimkommen. Und das geilste war, wenn du noch Pizza bestellt hast. Aber das ist dann schon noch etwas später gekommen. Ja. Ja. Aber logisch. Also all das in Kombination. Ja. Es war einfach zu viel für meine kindliche Synapse. Es war wirklich eine Überdosis an Endorphin. Ist da frei gekommen. Wenn du deine scharfe Pizza gegessen hast. Und dann hast du gesehen, wie Robin Williams rauskommt und fragt. Willst du es ja haben? Weisst du. Aber so weird wie das. Wie das so in Jugendzeiten. Ja. Dass so der Traum oben ist. Ja. Und dann irgendwann so. Keine Ahnung. Mitte, Ende 20. Ist bei mir zumindest so gewesen. Wenn das dann mal der Fall gewesen ist. Dann hast du gefunden. Was für ein Loser bin ich. So weit habe ich es nie online gefallen. Es ist für mich nie etwas Loserhaftes. Es ist so. Nein. Ich habe mir verboten mich so zu verurteilen. Es ist. Und dann habe ich es eben gemacht. Es ist. Jetzt. I enjoy the shit out. So. Es ist ein bewusster Entscheid. Weisst du. Weisst du. Ich vergesse nicht wo ich herkomme. Ich vergesse. Ich vergesse nie die 40 Minuten auf Muri. Das ist ja richtig. Und das ist. Das könnte auch ein viel guter Moment sein. Wenn du. Und beim City Video. Noch ganz kurz. Ich habe. Ja. Kannst du auch so. ASMR. Auf das Mikrofon. Bresmann. Also ich glaube. Ein Teil von der Klientel wird das. Wahrscheinlich ist das den gleichen. Was die Sauerei gemacht hat. Im unteren Stockwerk. Macht jetzt eine Sauerei. Im 31er Bus. Während er unseren Podcast. Passgelassen. Ich wollte nur sagen. Ich war ein grosses Fan vom City Video in Zürich. Und dann habe ich mal DVDs zurückgebracht. Und habe eine leichte Verkehrsregel Übertretung gemacht. Also ich bin über. Was sagt man. Durchzogene Linien. Mhm. Durchzogen ist. Wenn sie. Keine Striche sind. Sondern einfach eine durchzogene Linie. Und hinter mir ist. Also ich habe. Nicht in den Rückspiegel geschaut. Hinter mir ist ein Polizei Auto gewesen. Und das Blaulicht ist angegangen. Ich hatte einen mega unangenehmen Dialog. Oder Gespräche mit dem Polizisten. Und der wollte dann wirklich so. Sachen ins Mund legen. Die du so nicht gesagt hast. Ja. Und dann hat er mich gefragt. Und wo müssen sie hin? Und ich so. Anfangs 20. Ja. DVDs zurückbringen. Und das ist so wichtig. Dass sie jetzt. Dass nichts anderes wichtig ist. Nein Alter. Ich habe nie gesagt. Es ist so wichtig. Und so. Und dann ist es ganz einfach nur darum gegangen. Dass er mich dargestellt hat. Als wäre es ein riesen Notfall. Dass ich jetzt. Die City Videos. Sachen zurückbringe. Und es ist eine sehr unangenehme Stimmung. Ja. 24 Stunden Zeit. Und es ist. 23.55. Oh. Jetzt check ich es halt. Ich glaube er hätte mir wollen. Vorsatz. Irgendwie. Weil sie fragen dich immer. Sind sie gestresst gewesen? Haben sie Angst gehabt? Sind sie müde gewesen? Und wenn du nachher sagst. Ja. Ich bin gestresst gewesen. Ich habe es eilig gehabt. Dann hast du Vorsatz. Also. Bist du vorsätzlich. Hast du es begangen. Und das heisst. Du sollst nie zugeben. Ich bin müde gewesen. Ich habe es extra gemacht. Ich bin im Stress gewesen. Immer sagen. Ich sage nichts. Also ja. Ich sage nichts. Nein. Ist alles eisig. Ich bin am Fahren. Ist mir nicht aufgefallen. Jetzt check ich es im Fall erst. 20 Jahre später. Sehst du noch. Du hast noch schnell Jus studiert. Gut. Habe ich Jus studiert. Und jetzt im Podcast. Wow. Stimmt. Danke Joel. Mit mir mal in LA. Hat mal einen einfach gehen lassen. Weil ich wirklich einfach gesagt. Ich habe es nicht gesehen. Ich bin wirklich. Über einen Stopp bin ich gefahren. Ja. Und es hat sicher geholfen, dass ich weiss bin. Sehr weiss. Ja. Die blondesten Haare von der USA. Ja. Und da hast du wirklich gesehen. Ja. Haben sie das nicht gesehen. Und ich so. Nein. Und er so. Okay. Ja. 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 hat gleich gesehen wie das Bezirksgericht Zürich. Aber wenn du dann Geld machen kannst, dass deine Frau in Lebensgefahr gewesen ist oder starke Schmerzen oder was auch immer, dann rechtfertigt das wahrscheinlich schon, dass du eine Linie, also es kommt auch immer auf die Situation drauf an, wenn du zwölf Spuren einfach voll, wenn du die Leute in Lebensgefahr bringst, dann wäre das schon etwas, was man diskutieren müsste. Aber das wäre die Idee, dass das ein Recht zu gut schützen und das andere halt weniger wichtig ist. Okay. Du bist immer einzelfallabhängig so, wie ich das noch in Erinnerung habe. nie ein Präzedenzfall. Ja, aber wenn die gleiche Situation genau gleich nochmal kommt, hättest du vielleicht schon Präzedenzfall. Hast du das Wort einfach dropped? Ich kenne das nur von meinen Steuern. Alles, was sie mir streichen, sagen es ist kein Präzedenzfall. Das heisst, nächstes Jahr kann ich es dann wieder eingeben und sie können es mir wieder streichen. Okay, ja. Super. Äh, zum nächsten. Welche Zahl hättest du denn? Zwei und vier hast du schon. Jawohl, dann machen wir jetzt das Eins. Das Eins ist, es ist Freitagabend, du laufst, sagen wir irgendwo an einer Ausgangsmair entlang oder so in einem Gebiet, wo du dich mega zuhause fühlst, sitzt ab und nein, und du kommst und dein besten Kollegen oder deine zwei, drei besten Kollegen sitzen schon dort und dein kalte Bier wartet schon auf dich und das Bier ist so kalt, dass du, weisst, mit dem Finger dran, ähm, dass du mit dem Finger dran streichen kannst und es ist, weisst, dass die Kondensation entsteht. Mhm. Und du weisst einfach, du hast einen richtig guten Tag gehabt, du hast mega viele Sachen erreicht, die du hast machen wollen und jetzt ist einfach so der Moment, wo du, du spürst jetzt schon, es werden dumme, lustige Gespräche stattfinden, ein wenig deep, ein wenig oberflächlich, aber es wird gelachen und du kannst dich einfach Gala einen ganzen Abend, das ist so mein Feelgood-Moment. Ich weiss, Alkohol sollte man nicht verherrlichen, aber es geht nicht um Alkohol, du kannst auch mit dem Kaffee machen, was auch immer du cool findest, aber so ein gewisser Kontrollverlust, ein gewisser Rausch im kleinen Mass und einfach eine mega coole Atmosphäre, das ist mein absoluter Feelgood-Moment. Mit Kollegen, wo, ähm, also anders gefragt, mit, äh, ist das denn ein spezifischer Ort? Und spezifische Kollegen? Oder ist das jetzt so eine allgemeine... Nein, einfach enge Kollegen, Leute, die du wirklich einfach sehr, sehr gerne siehst und ein Ort, wo du dich auch sehr wohlfühlst, also wo, ähm, weisst du, so richtig deine Komfortzone. Was ist denn das bei dir? Bei mir wäre es sicher irgendetwas, in der Umgebung, äh, dort im Kreis vier, also ein bisschen Langstrasse um das herum oder an der Hartbrücke, einfach irgendetwas, wo ich mit dem Velo locker nach Hause komme. Ja. Es ist so, äh, es klingt vielleicht ein bisschen dumm, aber es ist, es treibt schon dazu bei, dass ich nachher weiss, hey, ich muss nicht noch eine halbe Stunde Zug fahren, um nach Hause zu kommen. Absolut. Das tut schon meine Ohne nochmal halten. Und, ähm, es ist kein mega spezifischer Ort, aber so, weisst du, draussen sitzt jetzt, das habe ich gerade erlebt, letzte Woche, es ist mega schön warm draussen, ein guter Kollege getroffen und wir haben uns mega viel zu erzählen gehabt und sind so in die absurdesten, äh, weiss ich auch nicht, Gedanken verfallen und haben uns sehr hochgeschaukelt mit Jokes und nachher ist es wieder mega ernst geworden, also ernst im Sinne von positiv ernst, wieder mega, mega über, äh, ja, persönliche Sachen geredet, uns verletzlich gemacht und nachher wieder voll drin gerätst mit, mit, mit lustigen Anekdoten und, und, und manchmal auch schon das Gefühl, manchmal weisst du einfach, ey, der Abend wird super gut und das ist so für mich, feel gut. Also, jetzt empfehle ich vielleicht, was das erste war, so das Unterwegssein, so die, ähm, das Element von Aufbruchstimmung, das zweite war, so nach getaner Arbeit, so die Sportendorphine und auch das Teilen mit den Leuten und das ist jetzt vielleicht so der Rausch, wo du halt mit den gängigen Rauschmitteln hast, Kaffee, Alkohol, Snooze, ähm, ist auch etwas Schönes, also, solange du das in Mass machst, finde ich, will ich das weder verherrlichen noch verteufeln, finde, äh, also und jetzt, also tu, als wäre Alkohol etwas, was niemand macht, das wäre jetzt ein bisschen, ähm, ja, und das ist jetzt ein bisschen der Feel-Good-Moment. Das ist ja ein bisschen auch, ähm, ähm, bei unserer Connection gesehen, die, die, die Zigarre ist ja, ist ja so etwas. Genau. Ich meine, ich habe jetzt, ich glaube schon, pff, halbes Jahr, dreivierteljahr oder so habe ich keine Zigarre mehr geraucht. Ich auch nicht, mega lange nicht, ja. Aber, wenn man es mal macht, es ist, es ist, es ist, ja, es ist Tabak, es ist, äh, äh, ein Genussmittel in Anführungs- und Schlussbrich, aber es ist auch, es ist auch nicht nur gesund, et cetera, aber, aber, aber eine Zigarre tut das ja so mega symbolisieren, weil du weisst, im Moment, wo du dich anzündest, das ist jetzt das, was passiert. Ja, ja. Fünf, vierzig Minuten, wenn nicht sogar eine Stunde eineinhalb. Oder du bist ein Anfänger und machst in zwanzig Minuten. Ja, oder du hast natürlich auch gekotzt im Hecken noch. Nein, aber, aber, das ist ja genau so ein bisschen, äh, das, was das auslöst. Mega, mega. Das ist auch so ein bisschen der Start, der Start von einer kleinen Reise. Absolut. Wo man dort sitzen bleibt, so. Ja, oder auch, ähm, jetzt bin ich auch mit ein paar Kollegen, vor ein paar Wochen sind wir, ähm, sind wir dann zusammen gesessen und wir haben uns nicht mega gut gekannt. Es sind auch Jungs gewesen vom Jiu-Jitsu, wir haben uns einfach vom Training gekannt, aber noch nie etwas ausserhalb vom Gyming zusammen gemacht und dann ist es auch so ein bisschen in die Richtung gegangen, ähm, wir haben jetzt eine Flasche aufgemacht und ein bisschen zusammengetrunken und dann ist es auch wie eine Reise. Wir wissen, wir werden jetzt ein bisschen Kontrolle abgeben und wir machen das aber zusammen und das schweisst halt voll zusammen. Ja. Ähm, du verlierst die Kontrolle, du öffnest dich ein bisschen und erlebst halt lustige Sachen und das musst du jetzt nicht jeden Tag machen, nicht jede Woche, aber für mich ist es immer noch etwas, wo du, es, es verbindet einen, also es entsteht schon gewisse Tiefe, nachdem du einen Abend lang, ähm, reingelärt hast. Also, und das finde ich, ist schwierig, zum irgendwie simulieren. Also, ich habe auch meine, ähm, meine Monate, meine Tage ohne Alkohol, wo du das nicht machst, wo du das wirklich mega in Mass machst, nach einem Bier ist fertig, aber ich habe jetzt noch nichts gefunden, wo du dich so oldschoolig, toxisch verbrüdern kannst, wie wenn du dir mal voll die Lampe füllst und ein bisschen Sound zusammenholtest und es macht einfach etwas und ich finde, das mache ich manchmal auch bewusst, so kenne ich die Leute nicht so gut, aber ich weiss, morgen werden wir das gut kennen und dann musst du es auch nicht jedes Mal machen. Aber ich weiss nicht, was dein Take zu dem ist, ähm, es ist doch schon etwas irgendwie, etwas Spezielles, nicht? Du weisst so. Absolut. Und ich habe jetzt auch keinen Ersatz gefunden. Es ist niemals das Gleiche gewesen ohne Alkohol. Mhm. Okay. Weisst du, wie ich meine? So, du kennst jemanden nicht mega gut oder du, oder, du, es ist wie ein Abenteuer, wo du zusammen, du, du zahlst, in dem du sagst, okay, schau, ich mache jetzt etwas, ich gehe jetzt auf die Reise mit dir mit, du gibst Kontrolle ab, er gibt Kontrolle ab, oder sie, wer auch immer, und am nächsten Tag fühlst du dich irgendwie näher? Ich weiss auch nicht. Absolut. Ich verstand dich, ich habe, ich habe nicht mehr ganz so das Verhältnis zu Alkohol, ähm... Nein, ich mache es jetzt auch nicht. Also, ich wollte es nicht übertrieben darstellen, dass es nötig ist, aber... Nein! Ich habe nichts gefunden, das genau gleich ist, also... Nein, gibt es ja wahrscheinlich auch nicht. Ja. Also, ja. Muss auch nicht, aber es macht mich ab und zu eine Freude. Ja. Andere Drogen. Der Heroinabend beim Show ist so geil. Wobei, ich glaube, dort bist du ja mehr für dich, so wie ich es erfahren habe. Ja, da bist du ja... Ich weiss es nicht genau. Open Mic. Ja, gut. Mitch Hedberg hat gut performen können. Eigentlich, was ich jetzt am probieren bin, ist schon ein mega Hot Take. Oh, Alkohol ist doch cool in der ganzen Phase von Leuten, die mega abstinent leben und ähm... Ja, ja, ja. Ähm... Ich will es jetzt auch nicht einfach zum hundertmal nicht glorifizieren, aber ich will es auch nicht ganz, ähm, die Aseinsberechtigung dem absprechen, weil es ist halt schon etwas Verbrüderlich. Geil ist ja... Also, wo dich Verbrüder ist irgendwie. Wieso... Du schneidst dir irgendwie ein Fleisch und machst... Also, es ist... Ja, ja. Es gibt ja gewisse... Du hast gewisse Freude an der Selbstzerstörung und an der... ähm... Am Kontrollverlust und am Rausch. Und ich glaube, das ist irgendwie das, auf was es hinausläuft. Geil ist ja... Für mich im Normalfall ist... Wenn du... Wenn du den nicht triffst, äh, irgendwie zum Alkoholtrinken spezifisch, sondern eben, du machst irgendwie ab auf ein Bier oder keinem was... Für mich der geilste Moment ist so... Wenn du am zweiten Getränk bist, das... Wenn du wirklich zum ersten Mal anfängst zu spüren, dass irgendwie Alkohol in deiner Blutbahnen ist. Ja, ja. So. Und dann das kurze, euphorische Gefühl. Ja, ja. Und irgendwie eben, wenn du es eh schon gut hast und du hast einen guten Talk oder so... Ja, ja. Das verstand ich. Das tut es dann nochmal so elevaten. Ja, voll, voll. Aber eben lustigerweise habe ich das bei der Zigarre auch schon gehabt. Dass wenn du irgendwie so 10-15 Minuten in einer Zigarre drin bist und es vor dir irgendwie so... Ja, ja, ja. Der Flash von dem, ja. Bei der Stirn vor dir so ein bisschen rum. Ja, ja. So, oder? Ja, aber es ist ja alles eigentlich möglich. Also... Ja, halt auch von den Rausch... Rauschmitteln. Ja, ja. Ja, aber es ist ja... Also, es ist... Es wäre jetzt falsch zu sagen, es ist nicht geil. Ja. Es ist so geil, dass man aufpassen muss. Darum ist ja die ganze Drogenprävention. Es macht so Spass, dass es zu fest Spass macht. Und darum muss man dann schauen, dass man etwas anderes macht. Ja, ja. Obwohl ja immer noch die Frage ist, wie, wie, wie fest Drogenprävention wirklich etwas bringt. Ähm... Ja, können wir gerne darüber diskutieren. Nein! Oder wie meinst du das so? Ja, eben, also, weisst du, weisst du, weisst du, darum ist Drogenprävention. Es ist ja nicht darum. Also... Es ist ja mehr zum Kontrollieren. Und mit dem kontrollierst du ja eigentlich viel weniger. Weil ja der ganze Schwarzwald komplett explodiert. Und die Leute nicht wissen, was sie genau zu sich nehmen. Ah, nein, aber ich sage ja nicht Kontrolle, sondern auch Prävention, dass wir äh... Bevor dass du irgendetwas nimmst, dass du weisst, was passiert und dass so die schlechten Folgen und so oder möglichen schlechten Folgen und so. Ja. Das weisst, was meine ich. Also... Das hat zum Beispiel bei uns auch nichts gebracht. Nein, wirklich, wir sind... Ich weiss nicht, ob es das noch gibt. Wir sind ins Suchtlager. Ja. I'm not kidding. Ja. Wir sind so zwölf, 13-jährige, Schulklasse und wir gehen ins Suchtlager. Ja, das hat er auch gemacht. Hat er das auch gemacht? Ja, ja. Ja. Und dann zeigen sie ein Video von Marlboro Man, wo er im Bett liegt und so redet, also. Ja. Dann erklären sie, dass der Joe Camel ein mega schlimmer Cartoon-Charakter ist. Weil hast du irgendwann bekannter gesehen als der Mickey Mouse. Ja. Alle Kinder haben Joe Camel toll gefunden und haben auch viele rauchen. Und dann, und das Allerdümmste, dann haben wir uns irgendwie zehnmal um einen Baseballschläger rumgedreht, haben irgendwie so eine verschwommene Brille angezogen und jetzt geheißen, es so ist, wenn wir besoffen sind. Und wir alle so, yes, gib uns das jetzt. Das ist so dumm. Ich weiss. Das ist so dumm, weil du findest nichts lustiger, als nachdem du dich zehnmal um die eigene Achse gedreht hast und irgendwie der Boden sich so bewegt. Findest du, ah, ich will das immer haben. Wie lustig ist das denn? Ja. Und draussen sind sie am Rauchen und am Käfer gesehen, was ich dort nicht gemacht habe. Aber eben Prävention. Ja, okay, das ist jetzt ein Aspekt, aber es ist natürlich schon gut zu wissen, dass du weißt, okay, was gibt es draussen, zu was kann das führen. Absolut. Ich sage nicht, es ist nicht richtig, dass man das betreibt. Ja. Ich weiss nicht, wie viel es bringt. Ja. Bei uns ist es so gewesen, man, das ist eigentlich, man ist gerade voll am Thema vorbei, aber wir sind auch in so ein, ähm, wie hast du es gesagt? Sucht? Suchtlager. Lager, ja. Wir sind auch so Barraken gesehen, bei dem Gymnasium, wo ähm, ähm, süchtiger drin gewesen sind. Und, alter, wie unser Lehrer das geframed hat, er so, okay, wir gehen jetzt da rein. Und da werden härte Stories erzählt. Und wenn ich auch nur jemand ein klein lachen gehört oder sehe ihn, der kommt nicht mit auf die Schule, also wirklich so der Druck, so maximal aufgebaut. Du wehrst einfach lachen. Also wir sind schon rein, ich habe schon nur beim Ansehen von den Leuten, also weisst du nicht, irgendwie, und dann das Gesicht von meinem Kollegen gesehen, ich habe wirklich so dort gesessen und ich habe gesagt, es eskaliert komplett. Und nachher, ich fange es ja so an. Das ist jetzt schon lachen, also. Hey, ich muss ja jetzt ein bisschen sagen. Ne, erzähl. Also wir sind vierzehn und wir finden halt alles lustig mit so, mit Sex und mit Drogen und auch, er hat Schwanz gesagt und auch Ficken und so. Und dann kommen wir rein und dann kommt halt so eine Frau, die das erste, was ich sage, ja, für den Schuss bin ich auf den Strich gegangen. Und ich sehe meinen Kollegen, wie ich habe völlig, völlig die Fassung verliert, Mann. Und es war echt mega respektlos. Das ist das Schlimmste. Es ist das Schlimmste. Ich bin so geschämt, Mann. Die Frau erzählt so wirklich Schlimmes Zeug. Hey, ich habe das, seit ich Bauch bin oder so. Ich habe unter den Tisch gelacht. Sorry, ich kann es nicht erzählen, aber es ist ein bisschen zu fest gelacht, ja. Ja, aber es ist... Lange reden kurzer sind, unser Religionslehrer ist völlig ausgerastet. Ja, natürlich. Und du musst halt noch mehr lachen und dann... Ja, natürlich. Aber wir sind auch mal so, vielleicht sind wir dort, keine Ahnung, vielleicht zwei Jahre älter gewesen oder so, aber vielleicht auch vierzehn, ich weiss auch nicht mehr, auf so Teenie-Zeiten, sind wir als ganze Schulklasse, sind wir ins Schauspielhaus in Basel, ein Theaterstück zu schauen, wo natürlich modern inszeniert gewesen ist, wo einfach im ganzen Lachflash haben wir die so leid getan. Ich weiss, und das ist... Weil einfach der Dude ist vorne in einer Unterhose und der Teufel, oder was es auch immer gesehen ist, kommt hinter ihn und fährt dann von hinten in seine Unterhose reinlegen. Und das ist einfach eine Vorstellung nur vor Teenager, die einfach ab dem Moment sich nicht mehr eingekriegen von Lach. Und es ist tot ernst, irgendwie... Es ist so undankbar von dieser Demografie. Irgendein klassischer Stoff, irgendwie modern inszeniert. Und es ist einfach nur schrecklich. Ah, fuck, also, ich kann mich jetzt gar nicht mehr konzentrieren. Aber es ist wirklich die dümmste Idee, in so eine Abgabe stellen zu kommen, einfach so kiddies. Ja, vor allem, dass du so framen, dass du nicht lachen darfst und... Ja, es ist wie eine Challenge. Am besten nimmst du noch einen Schluck Wasser, den du immer im Mund musst behalten und dann kommt der erst so... Ja, weisst du! Das ist mit der Stimme halt und so. Weil ich das erste Mal die Nadel gesehen habe. Und sonst bin ich dann gefecken, oder? What the fuck, Mann. Und du siehst so einen 14-jährigen Stehli, weisst du, das haben deine Kollegen auch so völlig probiert. Das ist ein Vortrag über den Schwanzlurch. Der Schwanzlurch? Wirklich? Der Bio-Vortrag. Und er hat einfach jedes Mal, als er das Wort Schwanzlurch gesagt hat, ist er wirklich gestorben vor Lachen und ich halt auch. Und sein Vortrag ist schon statt 15 Minuten, ist er so viereinhalb Minuten gegangen. Er hat drei Minuten davon einfach sich kaputt gelacht. Und nachher ist er völlig rot zu mir und hat gesagt, ich hätte noch diese vier Seiten vorlesen, aber das Wort Schwanzlurch ist viel zu oft vorgekommen. Ich hätte das nicht können, Mann. Dann hat er so eine schäbige Note bekommen, einfach weil er das Wortschwanzlurch zu lustig gefunden hat. Auch verständlich? Absolut verständlich. Du gibst auch einem 15-Jährigen das Thema nicht. Also wenn nicht. Oh mein Gott. Ich auch schon. Ja, aber nachher sind mir auch noch andere gegangen, die halt wirklich traurig sind und es ist einfach respektlos gewesen, weil du bist immer übermüdet im Gimmi. Also ich bin immer eingepennt. Ich habe keine drei Sekunden können. Und nachher ist es auch so fuhr traurig, weisst du, Leute mit Aids und so erzählen ihre Geschichte. Ja, ja. Und du so. Ja, ja. Und du so. Also langweilt dich mein Schicksal. Und du hast dich so schlecht gefühlt. Es ist niemals persönlich gewesen oder auf die Sachbezogung. Ja, ja. Du kannst nicht. Das Gimmi war die Zeit, weil ich am meisten eingepennt bin. Ja, und man hat auch noch irgendwie noch ein bisschen, man ist so fest mit sich selber beschäftigt. Ja, klar. Dass man einfach zu wenig Empathie hat. Man checkt nachher, das ist nicht okay gewesen, aber du kannst dich nicht zusammenreissen. Nein, nein. Du hast irgendwie ein Basketballtraining bis am 12 Uhr, kommst du nach Hause am 1 Uhr, am nächsten Morgen ist Latein am 8 Uhr. Also ich finde so der Plan ist so unmenschlich gemacht. Und dann wirst du angeschlossen, wenn du eingepennst, das ist irgendwie ein, ich weiss nicht, ein Geografie-Film am 8 Uhr Morgen. Irgendwann ist es kalt, du kommst rein, es ist schön gemütlich, der Fernseher fängt an laufen und ich bin direkt einfach. Du hast mich nicht wach behalten können. Es war zu viel gewesen. Sehr verständlich. Uff, hey, ich habe schon lange keinen so Kontrollverlust mehr mit mich kaputt lachen, aber meine eigene Geschichte erlaubt wie bei dir im Podcast. Merci Joel für die Geschichte. Gut, dann kommen wir doch zum... Grüße gehen du zur Zuchtberatung, falls ich das so zusammenfasse. Dann gehen wir doch zum Vierten. Oh mein Gott, den Kaffee hat auch rein gehauen. Ja, hast du es gespürt? Ja, ja. Möchtest du noch eine Snusse? Der Rausch? Nein, nein, es reicht im Fall. Nein, das Vierte haben wir schon. Das Vierte haben wir schon. Das Vierte ist relativ. Ja, für die vierte Sache. Welche Zahlen haben wir noch? Du hast noch das Drei und das Fünfe. Also komm, dann machen wir das Drei. Das Drei ist, das haben wir schon angehiessen gehabt, ähm, der Notizblock oder sagen wir deine Jokes, wo du am Open-Mic, okay, nein, ich muss es anders framen. Es war das Open-Mic, du kommst von der Bühne und du weisst, es ist gut gelaufen, du hast Gold gefunden, wie du sagst, du hast zwei, drei Jokes, die du neu geschrieben hast, haben wirklich brutal funktioniert und du weisst, in deinem Fall, du hast das jetzt für das nächste Jahr, in meinem Fall, ich kann das für die nächsten sieben Jahre bringen, in meinen nächsten zwei Solos und bist mega entspannt und alle geben dir einen High Five und sagen, wow, es war richtig cool und du sitzt dort und bist wirklich noch voller Adrenalin und geniesst den Rest der Show mega, mega entspannt, du hast deinen Auftrag erfüllt für den Abend und das ist für mich einfach so ein feel-good-Moment. Feel-good ist nicht von Anfang an, weil du bist nervös und du weisst halt nicht, wie es rauskommt, aber ab dem Moment, wo es abgegangen ist, dann ist ein pures Feel-good, würde ich sagen. Ja, aber das haben wir glaube ich schon, schon auf und runter durchdekliniert, so die Momente vom Comedy-Schreiben, habe ich das Gefühl. Ja, ich bin immer noch, ich bin immer noch bei der Suchtfrau, also es ist mega schwierig, dass ich mich jetzt nicht das hineinversetze. Sie so, hey, ich habe schon viel gesehen auf dem Strich, aber eher Arschlöcher, das ist ja, unter aller Sau. Ja, aber, also du hast jetzt zuerst den Notizblock genannt und dann hast du auch die Situation beschrieben. Ja, weisst du, den Notizblock sehe ich so, falls man das cineastisch darstellen müsste, wäre das so, du kommst runter von der Stage, hast den Notizblock und oft mache ich mir so Häkchen oder durchstreichen, was gut gelaufen ist und dann machst du so den Haken, gibst du einen High Five und weisst, okay, der Joke. Also, hast du, hast du einen Notizblock, hast du verschiedene Notizbücher? Nein, der Notizblock ist mehr so gewesen, weil es schöner aussieht, als wenn ich einfach zugeben würde, ich drücke es aus, ich drücke es mir eigentlich immer aus, ich gebe mir das Word, schreibe dort mein Zeug, drücke es aus und habe eigentlich so die Fresszettel dabei, also so könnte es mir eigentlich auch anschauen. Ja. Der Notizblock ist mehr für so administratives Zeug und so Sachen wie jetzt, aber so Open Mic kommen, die Sache ist bei mir immer auf Computer geschrieben und ausgedrückt. Ah, okay. Ja. Und kann es auch einfacher ändern, einfacher rüberziehen ins Programm für die nächsten zehn Jahre. Never change a winning team. Ja, dann haben wir noch einen. Stilbruch reloaded. Die nächsten vier Jahre. Stil... Stilbruch jetzt erst recht. Wolltest du noch das Letzte? Stilbruch jetzt voll gebrochen. Ich merke im Fall, ich glaube, so ein Rauschproblem im Fall. Ich habe mich sehr zusammenrissen müssen, um nicht zu sagen, du kommst von der Stage runter und nimmst ein Bier. Aber ich bin da jetzt im Rausch, ich muss noch mal ein Cookie nehmen. Die sind schon super geil aus, Mann. Du kannst mir nicht zu einer Schachtel schenken. Ich muss nochmal auf Jeestetten. Und das Letzte ist, ähm, ich weiss gar nicht die Situation. Okay, die Situation, sagen wir, ähm, es läuft einen schönen Film. Du hast auch, weißt, deine Arbeit Rössling Kopf in den Hauen, Mann. Und ich habe, das ist so ein bisschen mein Guilty Pleasure war eine Prinzenrolle. Das habe ich geliebt über alles. Ich habe es so fest geliebt, dass ich... Prinzenrolle? Ja. Also wenn man statt einer Situation, willst du Süssigkeiten nehmen? Ja, ja. Das wäre so meine Situation, wäre so ein feines Dessert. Also etwas, wo du dich voll darauf freust. Ähm, geht es eigentlich in einer Richtung, die ich schon gehabt habe? Es ist keine Aufbruchstimmung, es ist auch nicht Sport, es ist kein Alkohol, es ist keine Jokes, kein Bier. Nein, es ist wirklich so harmlos. Die sind zu Hause. Dein Lieblings-Dessert essen vor dem Fernsehen, vor irgendwie einer Sendung, wo du wirklich mega fühlst. Ich weiss auch nicht, du weisst jetzt, du kannst die drei, vier Folgen durchbingen, falls du eine Serie gerne hast. Mhm. Oder es ist irgendwie eine Hitler-Doku, falls du... Hitler gerne hast. Ja, genau. Ähm, es kann irgendetwas sein, wo du einfach weisst, hey, die nächste Stunde, die nächsten zwei, drei, vier, fünf Stunden werden jetzt einfach maximal entspannt. Und das ist bei mir halt immer, ähm, ich esse sehr gerne Süsses. Also ich habe jetzt, ich probiere das weniger zu machen. Du bist schon als Kind so, ein mega Süssigkeiten-Typ gesehen. Ja, ja. Also ich habe, ähm, bei mir, die heisst immer so gewesen, meine Schweizer-Kollegen sind gekommen und dann gewusst, hey, du hast doch einen Schrank, wo du mega viel Süsses drin hast. Ich so, ja, normal. Und dann habe ich die Biberli verteilt und, äh, ich habe wirklich mal eine Routine gehabt. Ich bin aus der Primarschule nach Hause gekommen, habe ein Biberli genommen und mir ein schönes Cola reingefitzt. Und das ist so meine, das ist so, über den Mittag mein Dessert gewesen. Und ich habe mich immer gefragt, wie soll ich so viele Löcher sagen, aber, ähm, das ist mir wert gewesen. So ein richtiges Appenzeller-Biberli. Ja, ja. Ja, ich habe schon. Und Kegifret, das ist auch so. Kegifret ist sehr geil. Das ist richtig. Fret, sagt mir das T. Ich habe es immer Französisch ausgesprochen. Und Kegifret? 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 Fret du Kegifret? Ja, und am geilsten sind Kegifret die Kleinen. Das ist aber ganz pervers. Die sind so geil. Aber du musst viel aufmachen, du hast viel Papier, ich habe die grossen Bilder. Nein, 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 es gibt sie im Dings. Kannst du mir schnell ein paar Bilder zeigen? Bitte eröffnen wir nicht eine neue Sucht. Doch, und zwar, äh, ich erwähne das jetzt mega fest, weil ich will, dass die uns sponsern. Ja, aber die Minis. Ah, ich habe jetzt so Bock drauf. Dort ist, glaube ich, eins. Bei Prag. Da ist wieder eins. Bei Flying Pizza. Kannst du gleich ein paar bestellen? Wäre das möglich? Auf Kegifret kannst du keine Kegifret bestellen. Ja, aber auf Prag kannst du alles bestellen. Sehst du? Ah, ja natürlich. Ich hatte immer die Mikroversion von dem, Milano haben sie, glaube ich, geheißen. Milano habe ich jetzt auch erwarten, aber die sind eben noch viel geiler. Milano hat so eine goldige Verpackung. Ja. Aber da, die sind die besten. Also ich habe mit beiden gearbeitet. Classic. Ja, aber ich finde die langen ist okay, aber die sind shit. Die sind abartig geil. Ich hatte so Lust auf alles. Und, ähm, was hast du gesagt? Genau, Abbezahlerbibli, auch mega geil. Linzer-Torte. Oh, voll mein Ding einfach. Oh, ey, ey, ich sag dir jetzt etwas. Achtung. Jetzt kommt bei mir der Zucker von den Cookies. Wow, ich sag dir jetzt etwas. Woo! Party! Gegenüber von meinem Coiffeur gibt es eine Bäckerei. Und, äh, ich bin dort einmal irgendwie... Genau, ich musste mein Auto umpackieren und neu zahlen. Ja. Ich musste natürlich in den Verkehr zurückbewegen. Natürlich, was du gemacht hast. Äh, und das gerade mit fucking bleichen Tönungen in den Haaren und was weiß ich. Und natürlich sehe ich dann jemanden, den ich kenne. Also, was machst du denn? Ja, der Coiffeur ist da. Äh, und er sagt, ah, ich wusste nicht, dass du zum Coiffeur gehst. Und ich sehe, das ist super, weißt du. Wenn ich Farbe, dann gehe ich meistens zur Bäckerei. Und bei uns ist immer so die Zeit, Fastenweihen. Ist jetzt gerade wieder vorbei, weil, äh, weil Ostern schon gesehen ist. Das ist eines meiner Lieblingsgepäcke. Ähm, hab ich gesagt, ich hole hier ein paar Fastenweihen. Und dann sagt er mir, die haben die besten Linzer-Torte, die es gibt. Oh. Und ich so, ah, okay, gut zu wissen. Das letzte Mal, wo ich gesehen habe, habe ich die Fastenweihen gekauft. Und dann habe ich gefunden, komm, ich nehme mir so ein kleines Linzer-Torte. Und es ist insane geil. Geil, es ist einfach... Das heisst, aber die dort vorne. Die dort sind... Oh mein Gott. Das heisst, wenn du gerne eine Linzer-Torte hast... Ich muss die Fastenweihen probieren einmal. Du bist ja bald in Basel. Wann bist du in Basel? Im Tabouretli, ja. Am 3.5., Tabouretli-Fauteuil. Also, 3.5., warte jetzt. 3.5., das ist schon ein Tag bevor die grosse Swiss Comedy Night ist zu Basel. Oh, cool. Da kann man sich gerade... Freitag Samstag kann man sich beste Comedy geben. Lochmuskelkater ist garantiert. Sven, Basel, Linzer, Törtli. Aber Fastenweihe würde ich auch gerne probieren. Ich bin mega Fan von... Für mich muss es Teig haben und etwas Süsses. Teig ist aber nicht süss. Fastenweihe ist nicht süss. Egal. Hat es Teig? Okay. Es ist Teig. Es ist der geilste Teig. Es ist so fein. Es ist auf dem Hefengepäck, super weich. Und es hat so ein bisschen Kümmi drauf. Ah, doch, das kenne ich. Das ist mega fein. Die ist cool. Oh mein Gott, ist das geil. Ich habe bei meiner Tagesmutter... Als Kind bin ich oft noch... Nach der Schule... Also mit meinen Eltern habe ich voll arbeiten. Bin ich zu einer Tagesmutter, die wie Familie war. Und sie hatte einen Sohn in meinem Alter. Wir sind wirklich wie Brüder aufgewachsen. Und dort ist eine andere Welt gewesen. Bei mir zu Hause habe ich einfach die ganze Zeit Süsses im Kühlschrank gehabt. Und bei ihr ist es so... Am 4 Uhr bekommst du das 4 Uhr. Und das war ein Stück Brot mit einem Reihchen Schokolade. Und nachher... Du hast gar nicht dumm tun können, weil sie war streng. Aber egal was passiert ist, du hast kein zweites Reihchen bekommen. Du hast gewusst so... Das ist es. Das Reihchen ist einfach... Ja, wirklich, das ist es. Und die Endorphine, die das ausgelöst hat. Und wie ich mich gefreut habe auf der Zviere. Das war richtig, richtig brutal. Und auch heute noch im Fall Schokolade und Brot. Das ist eigentlich mein Lieblingsdessert, man. Das ist eigentlich Zuckerbrot und Peitsche. Von dort kommt es wahrscheinlich, oder? Mir ist auch etwas geworden, oder? Da kann man ja nicht verweichlich die Gen Z auch so erziehen, oder? Das ist immer geil, wenn so Missstände... Weisst du, schön geredet werden. Ja, ja. Das Trauma gut geredet. Genau, strukturelles Mobbing und Fertigmachen und kein Recht verarbeiten. Aus mir ist auch etwas... Etwas Ordnung. Okay. Also das heisst, als Kind hast du den Süssigkeitsschrank voll gehabt und so weiter und so fort. Ja, ich habe beide Welten gekannt. Und dann eben die andere Welt. Der balkanische Zuckerflasch und der schweizerische protestantische Hey, streng. Und ich habe beides schön gefunden. Was sind so Balkansiesigkeiten, die du richtig geil findest? Ähm... Wenn meine Mutter das Dessert macht... Mein absoluter Lieblingsdessen meiner Mutter ist Cremeschnitten. Und das ist dann wirklich Cremeschnitten. Sie hat nicht 5... 5... Mille Feu... Also weisst du die 5... Ähm... Schichten. Sondern es ist einfach so eine dicke Teigschicht und dann nur Creme obendrauf und Schlagrahmen. Wirklich? Und das ist... Wirklich. Und das hat sie halt mega oft gemacht, als wir Besuch hatten. Und weil der Besuch da gewesen ist, haben wir sehr viel Cola gehabt. Und dann war es einfach so... Cremeschnitten und Cola. Ist einfach... Wow. Es war sehr viel Zucker gewesen. Hast du schon oft Zuckerflashes gehabt, wo du es gespürt hast? Nein, gespürt nicht. Ich bin, glaube ich, schon so konditioniert gewesen, dass es für mich... Hast du nie einmal einen wirklich spürbaren Zuckerflash gehabt? Nicht, dass ich es wahrgenommen hätte. Wahrscheinlich schon, aber... Ja. Eben nicht spürbar. Nein. Aber ich schaffe daran. Ich habe es einmal gehabt. Wo hast du das... Wie hast du es dazu gekommen? Ähm... So mit 16 oder so. Und wir haben für MASH TV... Wir haben etwas gefilmt gehabt. Ein paar Tage vor Ort. Dann mussten wir es schneiden. Dann bin ich zum Kollegen nach Hause. Und zuerst sind wir aber noch in einem Dönerladen. Ja. Dann habe ich einen Döner geholt. Äh... Und irgendwie, glaube ich, zwei Red Bull. Und dann hat er so schöne Baklava gehabt. Boah. Und dann habe ich gesagt, ich nehme noch ein paar Baklava. Mit einem Red Bull. Und auch so... Ja, wie viel willst du und so, oder? Und dann hat er so... Hat er mir natürlich extra viel zu viel gegeben. Ja. Und ich hatte ein halbes Kilo Baklava gehabt. Und dann sind wir dort an dem Schnittplatz. Und ich esse wirklich einfach so... Weißt du... Wie Chips, oder? Ja, ja, ja. Ich esse so ein Baklava nach dem anderen. Ja, ja, ja. Eins, lassen wir dir alles essen, oder? Ja, ja. Trink Red Bull. Und wirklich so 10, 15 Minuten später ist es bei mir aber so insane abgegangen. Wirklich so... Heftigste Zuckerflash. Wie fühlt es sich an? Hey, für drei Minuten super euphorisch. Und dann kam natürlich der Zuckercrash. Ja, ja. Und der ist horrible. Der ist ganz, ganz schlimm. Ähm... Es gibt da... Ich glaube, er hat sogar den Sugar Movie, oder irgendwie so. Hast du den mal gesehen? Ja, das ist so ein Typ. Das ist, glaube ich, ein Aussie. Der hat irgendwie dort schon jahrelang keinen Zucker mehr zu sich genommen. Okay. Und danach findet er, er isst jetzt einen Monat lang Zucker, wie es die durchschnittliche und die durchschnittliche Australier ihn macht. Das ist recht viel, oder? Das ist sehr viel, ja. Und zwar dann halt auch so richtig grusig mit... Zuerst nimmt er es irgendwie so... Ähm... Mit irgendwie... Ich weiss doch auch nicht... Im Kaffee... Was schon mega schlimm ist für ihn, weil... Ja, ja. Kaffee mit Zucker... Finde ich jetzt auch etwas vom Grusigsten. Was früher aber schon seit Jahren nicht mehr... Wo ich das früher... Wo ich das früher aber sehr gerne gemacht habe. Und... Irgendwann macht er sogar zum Morgen halt dann auch alle versteckten Zucker, oder? Ja, ja. Was im Miesli ist und so. Und einmal macht er zum Morgen wirklich nur Zucker. Die Menge von Zucker, die er führt, in andere Produkte zu sich nehmen, nimmt er auf zu einer Schüssel. Ähm... Und äh... Seine Ehe geht fast zu Grund wegen dem. Ist er wie der Supersize-Me, der nach einer Erektionsstörung bekam hat? Nein, bei ihm war es mehr... Also klar, die Konflikte werden ja immer ein bisschen inszeniert und so. Ja. Aber er ist einfach unertraglich geworden. Ja. Weil er hat wirklich einfach Zuckerflash und wieder Zuckercrash gehabt. Ja, ja. Und das ist einfach immer so hin und her. Und dann... Eine Aufnahme ist, wo er eben irgendwie gerade wieder so eine Packung Zucker sich reingeschmissen hat, dass es draussen regnet und er geht in den Garten und er rastet voll aus. Er ist wirklich so... Oh my god! It's raining! Woooo! Er ist wirklich so... Wie halt so eine Fünfjährige, die sich irgendwie prägen von heute, oder? Und er ist voll am Ausrasten. Und seine Frau findet so ein bisschen Medium. Und irgendwie eine halbe Stunde später ist er so scheisse drauf. Und so richtig hessig und agro. Shit. Und äh... Oh, ist so krass. Es ist mega krass. Wie viel Zucker eigentlich ist. Ich habe jetzt auch ein bisschen so ein Programm probiert. Unter der Woche nichts. Oder er ist einfach so Fruchtzucker. Ist auch schon Zucker, aber einfach anstatt jetzt irgendwelche Bibberli oder Birrewecken. Das ist auch so mein Ding. Birrewecken? Wie findest du Nussgipfel? Auch ganz cool. Aber Birrewecken hat irgendetwas ausgelöst in mir, die mich voll angesprochen hat. Und ähm... Ja... Und äh... Und da gibt es einen Dude. Er ist so ein bisschen anstrengender als Typ. Aber er ist... Ja... Oder halt eben gummi... Spezifische Gummisuites und was weiss ich, oder? Oder... Und dann ist ja irgendwie... Bei den meisten... Zum Beispiel bei denen Fröschle. Die grünen. Ja, ja. Wissen Schle. Ja, ja. Ähm... Dort ist ja noch zum Beispiel Bienenharz. Oh, ich heiße. Ich glaube noch drauf. Ähm... Für die Textur und alles so Zeugs, oder? Ja. Wie heißt der? Sebastian Legat. Oder irgendwie so. Egal. Auf jeden Fall ist... Es ist recht insane. Ja, ja, ja. Wenn es eben so industriell gewesen ist, gemacht werden. Ja, ja. Sebastian Legat. Legat. So heisst er. Krass. Ähm... Und... Ich habe dummerweise einen Artikel gelesen über Ferrero. Ja. Und... Dort habe ich es jetzt... Also geschafft. Es ist wirklich gar keine Arbeit mehr gewesen. Obwohl ich so fest Ferrero Rocher oder Raffaello liebe. Das sind für mich auch zwei... Evergreens, die ich die ganze Zeit essen könnte. Ja. Was hat es da versaut? Das kann ich jetzt nicht mehr essen. So. Aber ich will es nicht kaputt machen. Okay, okay. Ich will es nicht kaputt machen. Und vielleicht... Findest du auch nicht so schlimm. Ich glaube, es braucht so sehr viel, dass ich mal sage... Hey... Ich habe gar kein Prinzip im Leben. Scheiss egal, wer es herstellt, wie es hergestellt wird, wo. Nein, Zucker ist heftig. Wenn man weiss, wo man sich den Zucker gibt, dann ist es in Ordnung. Ja, ja, ja. So. Aber ich finde immer... Was wirklich erstaunlich ist, ist wie wenig Bewusstsein ich zum Beispiel gehabt habe, eben wo überall Zucker auch noch... Künstlerindustriezucker auch noch dabei ist. Ja, ja. Aber ich finde das... Eine fertige Tomatensauce. Ja, ja, ja. Ich habe immer gemeint, es ist so bei dem... Alla... Arabiata, oder? Ja. Du denkst in und denkst, ja, das ist jetzt eine Tomatensauce. Ja. All das ist wie... Tiefa Barilla. Tiefa Barilla hat so viel Zucker drin. Ja, das ist richtig... Und in den USA habe ich es dann gemerkt, weil in den USA ist es wirklich wie Ketchup. Ja, ja. Das ist einfach nochmal viermal mehr. Ja, ja. Ich war auf beiden Seiten, es hat auch viermal mehr Salz. Ja, ja. Es ballert sich auf gegenseitige und auch. Oder Salz, Zucker, Salz, Zucker. Ich finde darum, den Nutri-Score und all das Zeug, weisst du, die Warnkleb, finde ich uuure wichtig und etwas mega, mega Gutes, weil... Da sage ich jetzt aber auch etwas, Achtung, ganz wichtig, habe ich auch gelernt, Nutri-Score ist absoluter Bullshit. Ohne Scheisse. Geh nicht auf den Nutri-Score. Weil der Nutri-Score ist nur eine Richtlinie, ist auch freiwillig. Okay. Und ist nur gemacht, halt in so einem blöden Algorithmus, dass, wenn du etwas Schlechtes drin hast, wie zum Beispiel Fett oder eben viel Zucker oder was weiß ich, die Score tut sich nur zusammensetzen aufgrund von, was hat es alles Gutes drin. Aha. Und das tut sich dann gegenseitig ausspielen. Okay. Ich probiere es jetzt wirklich mega. Ich kann es auch nicht besser erklären. Ja. Das heisst, du hast jetzt Süßigkeiten, wo irgendwie Frühstücks-Müsli. Ja, ja. Nur Zucker, nur Scheiss, aber sie tun noch künstlich... Ablocken oder was? Nein, künstlich Vitamine rein. Okay. Es gibt irgendwie vor Nestle, irgendwie so Frühstücks-Ding, mit zwölf Vitaminen und Eisen und so. Und das zeigt dann zum Beispiel, der Lege macht das einmal, das ist dann auf irgendwie so einer riesen Masse, ist das wirklich so ein Tröpfchen Vitamin C. Ja, ja. Und die spielen so heftig mit dem Nutri-Score, die, die das Essen entwickeln. Ja. Dass sie genau wissen, es ist dann wirklich immer so an der Peak-Grenze. Also, es ist irgendwie 0,1 Gramm Salz mehr, gibt einen schlechteren Nutri-Score. Ja, ja. Aber eben dafür machen wir noch ein bisschen mehr künstliche Vitamine rein. Das heisst, es ist dann so, wieso ist eine Fertiglasagne oder Pizza von Buitoni, wo man hat einen Nutri-Score B. Ja. Obwohl es deutlich schlechter ist als zum Beispiel Lachs. Lachs hat einen Nutri-Score von F. Okay. Weil es hat zu viel Fett und es hat nichts, was positiv das Fett ausbalanciert. Babylon will dich halt schon die ganze Zeit mästen mit Zucker, damit dein dritte Auge nicht aufgeht. Nein, es ist richtig krass. Auch in diesem Schuss, wo ich jetzt in so einem, was ist er gesehen? Ruderer. Profi Ruderer. Wirklich so. Ich glaube sogar irgendwelche internationalen Meisterschaften. Und er hat gerade in der Zeit schon Profi Ruderer gesehen, wo es geheissen hat, Fett sei Gift. Okay. Okay. So. Und dann hat er alle die fettarmen Light-Joghurts und was weiß ich gegessen. Ja. Die sind auf den Vollpunkt gesehen mit Zucker. Das heisst, es wird immer so gemeinsam ein bisschen entschieden, was ist jetzt gerade der Feind. Genau, genau. Das wird dann so vermarktet halt. Ja. Genau. Und dann vermarktest du auf den Feind. Hey, ohne den Feind. Dafür ist alles andere scheisse dann. Und ja klar, er sagt selber, er musste sich vielleicht etwas mehr damit auseinandersetzen, was er wirklich ist. Ja, ja. Ja, ja. Wenn ich dort nur ein bisschen anders… Dich ernähren hätte oder so. Ja. Ja, ja klar. Hättest du noch mehr rausgeholt. Ja, ja. Aber bei diesem Gespräch ist es mega schwierig, kein Kuzzle zu nehmen. Es ist richtig… Hey, auf das nehmen wir noch eins. Gibt's eins? Ja. Also kommt ein bisschen Zucker. Was nimmst du eins? Ähm, du hast mir die mega geil verkauft. Die Sandring? Ja. Oh, könntest du gleich zwei Knochen zu nehmen? Oh nein. Könntest du einfach gleich zwei? Da sind wirklich zwei drin? Ja. Ich nehme noch so eine… so eine Bratzel. So eine Bratzel. So gut. Alles Gute. Also kein Zucker. Alles Liebe. Cheers. Danke für deine Gastfreundschaft und für das schöne Gespräch. Ja. Danke Christoph. Macht's gut. Und… Mh. Mh. Peace. Ruh defend! Tschüss! erem